Hallo YouTube, wir sind hier wieder zurück bei der Farmlife Challenge. Wir spielen jetzt wieder mit unserer Emilia. Ich habe eure Sims vom letzten Mal, die ihr für Emilia erstellen konntet, alle in der Welt platziert. Und jetzt sind wir hier gerade wieder live auf Twitch und starten in Part 2 von der Farmlife Challenge. Das letzte Mal sind wir ja stehen geblieben, da haben wir hier schon eine kleine Hütte gebaut. Also es sieht schon nicht schlecht auswendig. Und hier können wir wieder ein bisschen ernten. Wobei, du kannst dich erst mal um den Garten kümmern. Hier, jede mal bitte alle. Oh, und unsere Kuh ist Annabelle. Oh mein Gott, sie heißt Annabelle. Und sie ist unzufrieden. Oh mein Gott, wir müssen uns um Annabelle kümmern. Annabelle herbeirufen. Annabelle, warte! Warte, du bist unglücklich. Lass mich dich glücklich machen. Oh mein Gott, das klingt so falsch. Ich will dich putzen. Hier, wir sind auf YouTube. Ja, ihr seid auf YouTube. Ich bin zum Gejoggen mit einem Buh in der Hand, lesend. Multitasking. Die Fähigkeit hätte ich auch gerne. Chris! Hi! Elf Monate. Alter, das ist fast ein Jahr. Ja, Misha weiß ab wie viele Monaten das ein Jahr ist. Wow. Schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Wie geht's dir? Komm, wir müssen nicht mal putzen. Du stinkst. Und melken. Oh, wir haben Vitaldünger. Wie sieht Julie? Hallo, wie geht's dir? Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hot Pixel Button. Vielen lieben Dank für dein Follow. Willkommen. Ich habe meine Kuh Gertrud genannt. Unsere letzte Kuh hieß, glaube ich, Bertha. Und ich glaube, die hieß bei uns immer Bertha. Oder? Und jetzt fand ich Annabelle so schön. Wegen Annabelle und die fliegenden Rentiere ist das, glaube ich. Das habe ich als Kind immer sehr gerne geguckt, dieser Weihnachtsfilm. Und da hatte ich jemanden aus der Community, der dann Annabelle vorgeschlagen. Und deswegen ist das unsere Annabelle. Und ich werde sehr traurig sein, wenn sie irgendwann nicht mehr ist. So, haben wir den Stall jetzt fertig. Wir können das Futter nochmal auffüllen. Weil ich glaube, das war... Ah, halb. Geht noch. Geht noch. Sie haben 291 Simoleon. Das geht nicht mehr ganz so gut. Wachsen die noch weiter, wenn wir sie jetzt nicht ernten? Weiß das jemand? Meine Kuh heißt Kuh-Truhen. Das ist auch geil. Ich war gerade auch sehr erstaunt. 11 Monate. Crazy. Müde, aber gut. Selbst. Kätzchen wieder fit. Müde. Ich kenne dich nur in müde, Chris. Aber ja, ich bin auch müde. Ich bin auch sehr müde. Ich habe sehr verwirrend geträumt irgendwie. Ich habe von einer Apokalypse geträumt. Und das war nicht cool. Aber Belle geht wieder soweit ganz gut. Wir achten halt noch sehr darauf, dass er nicht zu viel tobt. Und dass er halt nicht so viel so an seinen nicht mehr vorhandenen Eiern rumleckt. Aber ja, soweit ist er fit. Er hat die Narkose ganz gut vertragen. Er verhält sich auch relativ normal. Aber wir sind natürlich trotzdem vorsichtig. Nicht, dass da noch irgendwie was ist. Weil es heißt, es dauert ungefähr 10 Tage, bis das so abgeklungen ist. Das heißt, sobald mein Urlaub wieder vorbei ist, ist er wieder fit. Das haben wir ganz gut abgepasst. Dass wir auch auf jeden Fall ein Auge auf den kleinen Stinker haben können. Ja, tun sie werden größer. Aber bekommst du nur ein bis zwei Gemüsesorten oder nur eine. Was ist denn da rentabler? Wenn wir das jetzt machen, bekommen wir vier. Ich will ja Kohle machen mit der Farm hier. Feiner Bay und tapferer Schatz. Ja, er ist so tapfer. Er ist so, so, so tapfer. Das war einer der schönsten Filme früher. Ja, Annabelle, ich habe das auch ewig gesehen. Ich habe starke Schmerzen, aber ich kann alleine sitzen und alleine ins Bad laufen am Rollator. Oh, das ist schön. Also, das mit den Schmerzen natürlich nicht, aber dass du das alleine schaffst, ist richtig gut. Die OP hast du jetzt hinter dir, oder? Also, bist du jetzt auf dem Weg der Besserung? Das hat mir so leid getan, als ich deine Storys gesehen habe. Das hat mir so, so leid getan. Ich muss Physio machen. Hilft sie denn? Oder wir nennen eine andere Kuh noch Taurus. Ich will nicht noch eine Kuh. Wir brauchen ja noch einen Lama und wir brauchen noch Hühner. Ja, ich glaube, auf unserem nächsten Punkt stehen auf jeden Fall Hühner, wobei eventuell erst mal ein Zäunchen. Sie hat Hunger. Oh, sie ist schon... Oh, cool, sie versorgt sich schon ganz gut. Ich habe von meiner früheren Englischlehrerin geträumt. Ich habe ein Trauma. Oh Gott. Ich war früher in der Schule im Englisch so schlecht. Mittlerweile geht's. Mittlerweile, denke ich, habe ich ein ganz gutes Englisch. Also vom Verständnis auf jeden Fall. Vom Sprechen eher nicht so. Da korrigiert mich Habi immer noch ganz viel. Aber ich glaube, auch seitdem ich mit Habi zusammen bin, die ja quasi Muttersprachenniveau hat in Englisch, ist auch mein Englisch besser geworden. Vor allem jetzt, wo ich auch halt seit einiger Zeit auch englische Filme gucke und englische Serien schaue und so weiter. Huch, wolltest du jemandem Hallo sagen? Ist hier jemand? Da läuft jemand, aber das war nur der Postbote. Hm, lassen wir unsere Kuh jetzt alleine? Haben wir eigentlich irgendwas mit dem Wetscha, was wir machen können? Ja, wir können Sachen verkaufen. Geil! Ja, dann machen wir das doch. Ich räume das für dich weg und dann reisen wir einfach mal. Und dann können wir unser Grünkram verkaufen. Dann kriegen wir nämlich auch wieder ein bisschen Geld und dann können wir uns eventuell schon einen Zaun holen und die ersten Hühner. Das finde ich toll. Ich würde gerne auch Sims 4 spielen. Nur der Akku meines Laptops hält leider nur eine halbe Stunde aus und das Ladekabel ist kaputt von meinem Laptop. Oh nein! Aber die kann man ganz gut nachbestellen im Internet. Das hatte ich nämlich auch mal, dass das Ladekabel kaputt gegangen ist und dann haben wir einfach ein neues bestellt und dann ging das zum Glück alles wieder. Ich vergesse in meinem Zahnarzt. Es wurde gebohrt. Das kann schon weh. Oh, ich hasse Bohren. Oh, allein dieses Geräusch. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Ich finde das ganz, ganz, ganz schrecklich, dieses Geräusch. Nein, 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 nein. Okay, sie hat nur Hallo gesagt. Nee, wir wollen bitte hier hin und hier einmal handeln. Frosty, Sarah, dankeschön. Für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Ich gehe heute für das Wochenende in einen Verteidigungskurs. Ich freue mich schon. Oh, sehr cool. Viel, viel Spaß wünsche ich dir dabei. Habe ich früher auch gemacht. Das hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Gina, hi. Schön, dass du da bist. Wollte ich vorhin übersehen oder hast du dich reingeschlichen? Hi. Yay, wir kriegen 25%. Wir wollen auf jeden Fall Objekte verkaufen. Wir könnten auch noch mal angeln. Aber das sollten wir dann eher zu Hause machen, damit unsere Pflanzen wachsen. Das ist auch ein absoluter Lifehake. Wenn man hier Rechtsklick macht, dann geht das direkt 10 Schritte nach oben. Ich weiß nicht mehr, wer mir das verraten hat, aber es funktioniert einfach und das ist wundervoll. Wir verkaufen das einfach alles. Zack, 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 zack. Oh, guckt euch an, wie viel Kohle wir machen. Es läuft richtig, richtig gut. Es läuft richtig, richtig gut, Leute, muss man das schon sagen. Alter, 3500. Du hast mich übersehen. Oh nein. Entschuldige, Gina. Entschuldige, das war keine Absicht. Es ist schön, dass du da bist. Wir haben Kohle. Wir brauchen jetzt 10.000 Simoleon, um abseits das letzte schon mal wegzumachen. Und ich glaube, wir sind da schon ziemlich auf einem ganz guten Weg. Hier, wir könnten noch mal handeln. Nein, 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 nein. Du willst bestimmt wieder Chips kaufen. Ich gucke ja auch immer, ob wir irgendwie ein Sim von euch hier gerade sind. Rechtsklick beim Verkaufen, genau. Oh, hallo, Rahul. Ich mag Rahul. Ich will mich mit Rahul an, Freunden. Oh, jips. Yes. Yes, yes, yes. So, wenn man hier auf diesen Pfeil drückt und rechtsklick macht, dann macht er direkt 10er-Sprünge. Also jetzt hier natürlich nicht, weil die nur zwei Ananas-Nasse, ist das die Mehrzahl von Ananas? Nur zwei Ananas-Auflage hat. Aber normalerweise macht das dann jetzt 10 Sprünge nach vorne, wenn man auf diesen kleinen Pfeil hier mit rechtsklick mit der Baustasse drückt. Super Baby schon wach, das kommt davon, wenn sie morgens eine Stunde länger pennt. Ich ziehe da mal ins Wohnzimmer um. Oh nein. Ich hoffe, sie ist wenigstens gut drauf. Rahul hat meinen Sim betrogen. Oh, was? Was? Also Rahul, also bitte. Brina, hallo, schön, dass du da bist. So, wollen wir mal gucken, ob wir jetzt was Teureres finden? Erdbeere. Ich glaube, Erdbeere haben wir schon. Granatapfel. Himbeere. Ach man, ich hätte gerne. Och, die sind so süß. Ich hätte super gerne. Wieder der Drachenfrucht. Der Drachenfrucht wäre super. Hallo Rahul. Von Herzen kommendes Kompliment machen. Komm, wir sagen, dass wir zurücksichtsvoll sind, weil ich mag Rahul. Ich weiß nicht warum, aber ich finde ihn irgendwie cool. Vielleicht, weil wir an meinem Junggeselltenabschied einfach ganz viele Kinder mit ihm gemacht haben. Aber ja. Naturfreak-Tipps geben. Oh, die glücklichste Stunde für geizige Sims. Getränke zum halben Preis. Freulichkeit ausdrücken. Ist auch schön. Getränke zum halben Preis. Wollen wir uns dann ein Getränk gönnen? Ich weiß immer nicht, welche Sims sind von euch und welche sind nicht von euch. Nee, wir werden nichts trinken. Dona Maus, hallo. Schön, dass du da bist. Brine, mir geht's gut. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Wie geht's dir? Könntest du dir auch Hühner und einen Zaun leisten? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie drauf ist sie eigentlich immer? Außer sie ist super müde oder hungrig. Ist zum Glück ein kleiner Sonnenschein. Oh, wie schön. So ein richtiges Anfänger-Vorzeige-Baby. Ich war als Baby ganz schlimm. Ich hatte drei Monats-Koliken. Und trotzdem habe ich vier jüngere Geschwister. Ich verwisse das Challenge-Haus. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hier, ich beobachte dich. Schön, dass es sich jetzt immer noch mit Rahul unterhält. Aber wir müssen, glaube ich... Oh, guck mal, die stickt. Wir sollten vielleicht langsam wieder zurückfahren, weil ich möchte, dass unsere Pflanzen wachsen. Komm, Emilia, wir düsen wieder ab nach Hause. Die gut aussehenden Sims von uns. Die schlecht gekleideten Sims von EA. Naja, die Townies, also die Trailer-Sims zum Beispiel, die sehen ja auch gut aus. Rahul finde ich auch total toll. Das ist nicht so ein generierter Sim, sondern einer, der halt von vornherein wirklich in der Welt platziert ist. Und da kann man das tatsächlich gar nicht mehr so gut auseinanderhalten. Hallo, Annabelle. Hallo, Annabelle. Oh, wir können hier wieder was weiterentwickeln. Ups, voll verklippt. Weiterentwickeln, weiterentwickeln. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Ich muss wieder alle durchklickern hier. Das nicht. 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 Nope. Nope. Yes. Okay, gute Arbeit. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. So. Wenn sie dann fertig gemolken hat, dann können wir gucken, dass wir hier schon so ein bisschen umdisponieren. Aber ich lasse die Sachen jetzt einfach mal alle ernten. Alles ernten. Und dann können wir gucken, dass wir hier so langsam kleine Zäunche ziehen, so kleine Bereiche ziehen, dass wir unsere Farben langsam so ein bisschen aufbauen. Denn Stream versüßt mir das Hula an. Alle am Hula. Muss ich jetzt auch anfangen zu Hula? Macht das Spaß? Die Tolles bräuchten alle mal ein Makeover. Da kommt man nicht hinterher, weil es werden ständig neue Sims generiert. Und dann wäre man nur noch am Umstylen. Hast du mich ja gesiezt? Warte, ich wurde gesiezt? Wie lange sind sie so im Schnitt lang? Oh Gott, mich muss keiner siezen. Einfach du. Der klein ich bin, ähm, also meistens bin ich so um die drei Stunden live. Drei bis vier. Heute weiß ich noch nicht, weil wir halt, wie gesagt, ein Auge auf unseren frisch operierten Kater haben wollen. Und ich noch ein bisschen was auf dem Plan habe, was ich noch machen muss. Aber, ja, ich weiß es nicht. Also zwölf, eins, so in dem Dreh, würde ich einfach mal sagen. Ist, was ist sie denn da? Filet? Wo hast du das denn her? Ach, gucke mal, wir haben noch unsere Frösche. Das hat doch das letzte Mal so gut geklappt. Oh, stimmt, meine Dusche ist kaputt. Ups. Reparier das mal bitte. So, dann können wir auf unserem Verkauftisch wieder bald ein bisschen was verkaufen. So, lauf mal. So, wir gehen mal in den Baumodus. Denn wir können uns jetzt Zäune leisten. Und ich möchte diesen Zaun haben, weil ich finde den sehr schön. Oh. Wir machen hier auf jeden Fall... Hat sie da ihr Essen stehen lassen? Was ist denn das für eine... Für eine Troller. Ah. So. Unsere... Unsere... Keine Ahnung, wie wir sie nennen. Ne, die klauen die Früchte. Also müsste der Hühnerstall eigentlich mit hier hin. Was ist hier? Okay, dann kann das noch ein Stück weiter da hin. Dann können die da so ein bisschen zusammen rumlaufen. Das finde ich eigentlich ganz süß. Machen wir das so. Und so. Und so. Ah, das ändert so wenig. So und so. Ah, da müssen wir schon echt gucken. Da können wir das gerne hier so machen. So. So. Ne, so. 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 Irgendwie sowas in der Art. Da können wir die jetzt hier mal hinpacken. Einer da. Einer da. Einer da. Einer da. Da können wir da noch ein paar andere Bäume hinpflanzen. Ich hoffe, das steht da jetzt alles nicht zu eng. Wir brauchen... Natürlich noch ein Tor. Tor. Das Tor finde ich auch schön. Ah, so ein schönes Tor. Wo ist denn das Tor hin? Ach, hier. Gott. Bin ich blind. Nichts gesehen hier. Von morgen zu meinem Opa. Oh, wie schön. Da freut er sich bestimmt. Wir könnten hier auch gucken, dass wir einen anderen Zaun nehmen. Dass wir eventuell den hier nehmen. Finde ich eigentlich ganz schön. Wenn wir das hier so ein bisschen abtrennen. Dann können wir da nämlich den Zaun hier benutzen. Weil den finde ich nämlich auch ganz schön. So, aber dann Töhrchen. Oh, ich mag das. Oh, das ist süß. Oh, mit Orange und Blau. Das ist voll schön. Ich mag das richtig gerne. Na, guck mal, wir gestalten hier einfach schon ein bisschen. Das wird. Kaum zu fassen, wie gut man vorankommt, wenn die Challenge nicht ständig zurückgesetzt wird. So, ich mach hier mal so ein bisschen. So. So. Dann hiervon ein bisschen, aber ein bisschen sachter. So, guck mal. Da haben wir hier doch was. Oder? Da können wir auch ein bisschen sprühen. So. Müssen wir aber nicht so komplett machen. Einfach so ein bisschen. Das ist ein bisschen vielfältiger, als es hier. Oh, nee, das war nicht so gut. So. So, oder? Wir haben hier schon mal zwei Bereiche, die so ganz gut funktionieren, denke ich. Hier came the bird. Vielen lieben Dank für deinen Follower. Willkommen. Wenn der Winter bei meinen Sims vorbei ist, baue ich wieder ein neues Haus. Das kann ich verstehen. Im Winter bin ich auch so unmotiviert, irgendwas zu bauen. Auch bei Anime Crossing. So, ich stelle das mal hier. Auf den Tisch. Teamer Hamster. Dankeschön für deinen Follower. Ich spreche gerade so nasal. Aus irgendeinem Grund ist meine Nase gerade irgendwie verstopft. Er freut sich sehr. Er hat schon alles geplant, was wir machen werden. Oh, das ist so schön. Das ist so schön. Ich mache mir jetzt Müsli. Guten Appetit. Guten Appetit. Ich hätte hier gerne noch ein bisschen Heu. Ich weiß, das ist absolute Geldverschwendung gerade so zu unserer aktuellen Lage. Aber ich möchte ein bisschen Heu haben für die Tiere. Blackbird und Slahite. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Vielen lieben Dank für eure Follower. Danke, danke. Müsli, ich bin gerade bestimmt mit 20 Meter mit dem Physiotherapeuten gelaufen. Mit ganz geradem Rücken. Oh, das freut mich so für dich. Es geht bergauf. So schön. Das ist so toll. Für die das kleine Chicken. Und Ashoka, danke schön. Für eure Follower. Was ist denn da los? Wo kommen die ganzen Follower gerade her? Sind das Bots? So, wo haben wir hier unser Heu? Oh, ein Eimer. Ist natürlich super. Ich kann keine anderen Objekte überschneiden. Willst du mich verabbern? Bw. Move Objects. So, da kannst du mal sehen, wie das hier überschneiden kann, du. Sag mal. Dann stellen wir da ein Eimerchen hin. Der ist da auch nicht so im Weg. Könnte ich hier auch so eine Ranke hochwachsen lassen, ne? Warum rastet das da ein? Das ist ja irgendwie süß, ne? Irgendwie ist das süß, wenn da so eine Ranke dran ist. Ich hoffe, das funktioniert dann auch alles. Aber man muss ja auch mal ein paar Dinge ausprobieren. Lucy, danke schön. Vielen lieben Dank für deinen Follow. Und das schon drei Tage nach der OP. Das ist so toll. Das freut mich so sehr für dich. Das freut mich so sehr für dich. Samilein, hi, schön, dass du da bist. Guten Morgen. Wo ist denn jetzt eigentlich unser Heu? Und warum liegt hier eigentlich kein Stroh? Ist das nicht bei Deko? Ich glaube, das ist gar nicht bei Deko. Hier. Hier ist unser Heu. Guck mal, dann packen wir einfach so ein bisschen Heu in die Gegend. Finde ich ganz schön, wenn ihr ein bisschen was seht. Dann können die Sims auch da drauf sitzen. Ist auch ganz schön. Dann kann ich hier noch sowas hinpacken. Und ich verschwende unser ganzes Geld. Für einen Kuhstall. Ist halt einfach wieder typisch ich, ne? Das ist einfach wieder typisch ich. Und das Ding möchte ich haben. Aber ich finde das sehr schön. So. Ein bisschen Geld für die Hühner haben wir noch. Nicht viel. Aber ein bisschen. Ein bisschen. Stehlampen haben wir nicht, oder? Dass wir hier noch irgendwie was Nettes hinpacken können. Dass wir auch nachts was sehen. Das glaube ich nicht, ne? Ne. Also das, den könnten wir uns höchstens noch mal holen. Dann stellen wir das vielleicht dahin, dass wir hier einfach so ein bisschen gucken können. Ein Grasbüschel. Das müsste ich erst mal aus dem Debug raussuchen. Du meinst hier sowas, oder? Können wir nachher noch verfeinern. Auf jeden Fall. Stehlampen gibt es in die, weil gleuchten die auch? Sind die schön? Passen die so aufs Feld? Ey, warum brichst du hier das jetzt ab? Ach, du bist fertig. Wundervoll. Dann kannst du hier auch duschen gehen. Ja, was motzt du denn? Hier ist doch alles sauber. Warum motzt sie? Dann kannst du Pipi machen gehen. Und dann kannst du... Ja, dann rüffelst du mal weg, weil du hast auch eigentlich keinen Hunger mehr. Von daher passt das ganz gut. Oh. Okay, ich hole erst mal... Wobei, da brauchen wir, glaube ich, ein bisschen mehr Geld für. Wenn ich hier sage 2, 2, 2, 2, 2. Ne, 170. Perfekt. Dann können wir hier nämlich erst mal unsere Riesenfeldfruchtpflanzen wieder abpflanzen. Damit wir hier auch unser geregeltes Einkommen haben. Aber ich spreche so nasal, es tut mir so leid. Und dann können wir gucken, dass wir den Rest für Hühner ausgeben. Annika, vielen lieben Dank. Dankeschön. Das ist ja Ansichtssache mit Schönsein, aber sie leuchten. Leuchten ist gut. Leuchten ist sehr gut. Aber ich finde, das macht schon ein bisschen mehr her hier jetzt, oder? Also damit bin ich zufriedener als jetzt hiermit. Das sieht ein bisschen traurig aus, aber... Das wird auch noch hübsch. Vielleicht brauchen wir einfach ein paar mehr Bäume. So ein Zitronenbäumchen oder so. Was gibt es denn noch als Baum? Kirschbaum, glaube ich. Ich muss mal hier was trinken. Ich muss erst mal meinen Teebeutel hier rausholen. Weil mein Kaffee ist schon leer, leider. Aber Habi ist, glaube ich, auch gar nicht im Lörg, oder? Habi, bist du im Lörg? Und dann kann ich hier den Teebeutel erst mal rausholen. So, nicht reißen, bitte. So, nicht reißen. Das ist krass, Emilia, mal komplett glücklich zu sehen. Ja. Ja, finde ich auch. Mischa, bleibst du bei der Disney-Challenge eigentlich im gleichen Spielstand oder verschiebst du bei jeder Generation einen neuen Spielstand und machst dann dort weiter? Ähm, ich bleib im gleichen Spielstand. Weil sonst haben wir ja immer wieder die Townies und dann werden die immer wieder belebt oder so. Und dann muss ich halt die Welt auch jedes Mal neu gestalten. Und deswegen, ähm, mache ich das so. Oder wie ist das gemeint? Verstehe ich da gerade was falsch? Oh, was machst du da gerade? Oh, ich wollte dir noch sagen, hier weiter pflanzen wir Wassermelone. Auberginen. Und hier kommt wieder unser Kofferladen. Könnten wir sie eigentlich noch ein, zwei Stunden... angeln lassen? Angeln, angeln, angeln war hier. Oh, wir haben hier doch auch hier Graben. Frösche suchen. Es ist doch dunkel. Es ist ja nicht so dunkel, ich kann gar nichts sehen. Ich kann wirklich nichts sehen, es ist so dunkel. Aber gut, dann schicken wir sie, die beiden Sachen auf jeden Fall mal machen. Hier ist sonst nichts weiter. Aber hier könnte man doch auch was ernten, oder nicht? Nee, hier liegen nur Spielsachen rum. Oh, das ist süß. Das ist süß. Also ich freue mich schon auf die Zeit, wenn Emilia Kinder hat, dass sie toll werden. Weiterentwickeln. Wildpilz ernten. Das machen wir mal. Wir konnten mal gucken, wie viel Geld das überhaupt bringt. Oh, Kava-Wurzel brauchen wir eigentlich nicht. Kava bringt halt auch nicht viel. Weiterentwickeln. Oh, Chrysanthem. Also eigentlich wollen wir ja Obst und Gemüse pflanzen und keine Blumen. Deswegen ernte ich die Chrysanthemie zwar nicht. Aber hier sind auch noch Wildpilze. Oh nein, das sind zauberhafte Pilze. Hat das schon jemand erkundet, was diese Pilze bringen? Die haben doch bestimmt irgendeinen Effekt, oder? Ich finde das auch schön, dass hier sowas auf dem Stein liegt. Das haben sie schon echt schön gemacht. Das haben sie richtig, richtig hübsch gemacht. Gefällt mir echt gut. Oh nein, das war unser erster Ehemann im Livestream. Also im... Oh Gott, wer heißt das jetzt nochmal? Beim Junggesellenabschied, den wir dann umgebracht haben. Erinnert ihr euch? Misha würde die Drillinge gerne in einen anderen Spielstand verschieben. Nein. Lilly, wir kommen zurück. Ja, Leckerlis machen für die Tiere. Ah, okay. Okay. Das finde ich auch sehr interessant. Ich habe halt noch nicht viel davon erkundet. Deswegen ist es für mich auch richtig spannend, das so gemeinsam mit euch nochmal ganz in Ruhe zu machen. Ich habe auch noch so ein Feld. Aber hier würde ich jetzt nichts ernten. Macht doch viel mehr Sinn, wenn wir das auf unserem Grundstück machen. Weiter entwickeln. Viel entwickelt einfach irgendwie ständig irgendwelche Dinge weiter. Was fragst du? Geh doch ernten. Emilia. Und ich sage noch, ich will die gar nicht ernten. Das sind ja Blumen. Ist aber sie geertet. Aber wir werden das nicht nochmal machen. Wir werden das nicht nochmal machen. Im Regen spielen. Emilia, willst du nicht nach Hause gehen? Es ist schon ziemlich spät. Hier. Das ist leider nicht unser Haus. Das traurige Ding hinten ist unser Haus. So, geh mal bitte schlafen. Und ich züchte nochmal Frische für dich. 125. Ja! Ja, wir haben zwei von den Dingern. Ja, dann züchten wir jetzt nur noch mit denen. Scheiße auf die Tigerfrösche. Braucht kein Mensch. Voll geil. Mal gucken, was wir hier jetzt noch machen können. Absatz des Sasses kochen. Wir können Käse machen. Wasser, Melunensalat, Selbstversorger, Eintopf. Wir können einmachen. Fleischersatz und eingemachte Pilze. Das geht. Und mehr Auswahl. Kräutermittel braun. Das finde ich halt auch ultra cool. Und das könnte man eventuell mit ihrem Kind da machen. Wenn wir mit der Farmlife-Challenge fertig sind, das soll dann irgendwie sowas mit Outdoor machen. Mit Kräutermitteln und so. Das finde ich eigentlich richtig cool. Habe ich noch nie konkret ausprobiert. Ich glaube, wir müssen mal wieder was kochen, oder? Tatsache, wir können jetzt Freundschaftsleckerchen machen. Aber Freundschaftsleckerchen habe ich bisher schon immer mal so zwischendurch gemacht. Aber das ist irgendwie immer das einzige Rezept, was ich habe. Was haben wir eigentlich hier noch im Kühlschrank? Nichts. Okay, also wir sollten tatsächlich noch mal was kochen. Hier, Absatz des Sasses kochen. Dann machen wir einfach mal wieder unseren Selbstversorgereintopf. Mit Partygröße. Und ich hoffe, das hält dann relativ lange. Ach, da ist sie schon. Wundervoll. Oh, meine Nase läuft. Zum Glück habe ich hier immer alles in den Griff. Barer Reichweite, Nähe. Gut, ich bin bei einer tollen Community. Ja, danke schön. Beste Community. Entschuldigung. Oh, es tut mir schrecklich leid. Meine Familie macht sich auch immer lustig über mich. Dass ich klinge wie ein kleiner Elefant beim Naseputzen. Panneppe Malina. Vielen lieben Dank für deinen Follower. Willkommen. Willkommen, willkommen. So, das kann in den Kühlschrank. Das kannst du auch nochmal in den Kühlschrank packen, bevor das gammelig wird. Und dann kannst du gerne ein bisschen schlafen. Jenny, guten Morgen. Beziehungsänderung. Oh. Oh, ich glaube, das waren Sims von euch, oder? Kann das sein? Lotterie. Also, die Lotterie machen wir nicht. Unser Vater ist jetzt zu einem Erwachsenen gealtert. Und der ist sehr früh Vater geworden, irgendwie. Oh, wir müssen uns unbedingt um unseren Garten kümmern. Gebiet mit Insektenspray behandeln. Oh, ich liebe so diese Sonnenaufgänge, ne? Wo ist die Sonne? Keine Ahnung. Aber das Licht ist schön. Das Licht ist einfach schön. So, wir müssen hier nochmal gucken. Weiterentwickeln. Hier nicht, hier nicht. Weiterentwickeln. Hier können wir auf jeden Fall wieder richtig schön unsere Sachen ernten. Wie lange war eigentlich noch Sommer? Ei. Ei, ei, ei. Nicht mehr so lange. Gut, dass die Riesenfeldfrüchte das ganze Jahr über wachsen. Wollen wir mal hier weiterentwickeln. Wir werden hier nochmal alles ernten. Und hier müssen wir... Müssen wir die nicht gießen? Die sehen so trocken aus. Sieht es mit dem Bäumchen aus? Alles gut. Alles gut. Ich glaube, den können wir schon wieder weiterentwickeln. Der hat nämlich geglitzert. Und dann... Wollen wir hier mal... Oh, Pima, der ist schon wieder voll. Upsi. Können wir hier unseren Verkaufsstand hier nochmal aufstellen. Und nochmal so ein paar Sachen verdickern. Wie zum Beispiel unsere Frösche. Frösche zöchten mit. Inventar. Yay. Ähm, Inventar anzeigen. Auf jeden Fall die ganze Tigerfrösche. Die können wir jetzt einfach so verkaufen. Ähm. Coverwurzel, das können wir einfach da verkaufen. Am Markt. Das können wir alles am Markt verkaufen. Wobei, die Pilze würde ich ja fast schon behalten wollen. So, aber da können wir hier einmal ausstellen. Und dann den Verkaufsstand aufmachen. Und dann muss ich mir die auch noch mal was essen. Novel Butterfly. Hi, schön, dass du da bist. Lati. Guten Morgen. Wobei, mittlerweile ist ja nicht mehr guten Morgen. Guten Tag. Mir geht's gut. Und dir? Ich hoffe, es geht dir auch gut. Ein verseuchtes Guten Morgen. Hustschnee. Pirate Lady. Oh mein Gott, bist du krank? Bist du dich erkältet? Gute Besserung. Du könntest den Stand auch unten im Dorf aufstellen. Vielleicht kommen da ja mehr Leute. Habe ich das letzte Mal gemacht. Aber ich würde gerne hier in der Nähe vom Garten bleiben. Wenn wir dann die Sachen hier schneller wachsen. Weil man muss das Grundstück aktiv geladen haben, damit die Sachen wachsen. Deswegen mache ich das einfach mal hier. Cool, die Sachen hat sich jetzt schon ausgestellt. Da können wir hier... Wobei, ich lasse die erstmal aufessen. Ist auf, meine Liebe. Oh, unser Klo ist kaputt. Nein, das ist nicht gut. Und das kannst du bitte wegwerfen. Aber dann können wir wenigstens hier beim Müllhaufen gleich nochmal ein bisschen Teile plündern, hoffentlich. Nele, heilig schön, dass du da bist. Und Henni, hallo. Ne, wir kriegen irgendwie keinen Müll. Ist das zu eng? Kannst du das hier nochmal verwenden. Und dann kannst du dich gleich hier um den Stand kümmern. Die Blumen kann man auch am Markt verkaufen. Ach, egal. Wir verkaufen die einfach hier. Vielleicht mal gucken, wie viel Geld wir dafür kriegen. Da steht ja 10. Also, wir bedienen den Stand einfach mal. Biniri, hi. Dankeschön für dein Follow. Hallöchen. Mir geht es mehr als gut, weil ich auf meinem Geburtstag gehypt bin und schon die Bestellbeschädigung für das Mauspad gesehen habe. Oh, schön. Das freut mich so, finde ich. Was für ein Mauspad hast du denn bestellt? Ähm, der Verkaufsstand ist aus dem, ähm... Dschungelabenteuer Gameplay. Ja, mach mal 100%. Wir sind mal richtig... Oh mein Gott. Kannst du rudern? Wer ist da? Aha, reingelegt. Das ist schon wieder Brittany. Es ist immer die, wir die Telefon streichen. Immer. Mein Mauspad. Oh, Lati. Dankeschön. Dankeschön für die Unterstützung. Ich hoffe, du bist zufrieden damit. In dem Stand für Gemälde hatte ich innerhalb einer Generation die Rex to Ridge Challenge so leicht durch, dass ich eine Ruine renoviert, verkauft und eine Villa gekauft hatte und immer noch mehrere hunderttausend auf dem Konto hatte. Oha. Oha. Das ist echt krass. Krass. Schon wieder die. Ich hoffe ja, dass irgendwie ein paar Sims von euch hier mal spawnen. Stand bedienen. Ganz super, das sind Stand bedienen. Hallo. Das ist ein Fuchs. Ein Fupsi ist da. Wir könnten hier eigentlich schon mal Geld ausgeben für Hühner. Ich würde auf jeden Fall einen schwarzen Hahn haben. Ich finde ihn irgendwie cool. Schwarze Hahn, weiße Henne und braune Henne. Ah, nein. Ah, nein. Okay, wir brauchen noch ein paar Simoleon und dann können wir uns die holen. Dann können wir uns die holen. Handballer Bagley ist so schön. Das ist richtig schön. Das war richtig, richtig schön. Ja, es war etwas zu leicht. Und du hast nichts hier über das Inventar oder so verkauft? Also wirklich nur über den Verkaufsstand und über das Gemäldeding? Das ist richtig krass. Bei mir ist es halt auch so über das Inventar und sowas ist mir das einfach zu leicht. Einfach Sachen unterziehen, dann hat man das Geld so schnell zusammen. Und mit dem Verkaufsstand muss man halt noch mal ein bisschen mehr machen, ein bisschen härter daran arbeiten. Und das finde ich besser. Sonst war es mir halt auch irgendwie einfach zu leicht. Könnt ihr die Sachen bitte kaufen? Dankeschön. Dankeschön. Hör auf, an meiner Tür zu klopfen. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Uh, ausstellen. Tada. Ich glaube, mehr haben wir hier gar nicht mehr, ne? Oh, zwei von denen haben wir noch drin. Ihr dürft gerne Sachen kaufen. Bibi. Dankeschön für sechs Monate. Hi. Schön, dass du da bist. Das ist mean. Auch dir. Vielen lieben Dank für drei Monate. Danke, danke, danke schön für eure Unterstützung. Ja, beste Community. Ich habe eine Nachbarschaft gesammelt und Gemälde gemalt und darüber verkauft. Ich habe es mir ja schon schwerer gemacht. Krass. Krass. Magst du Tattoos, Misha? Ja. Ich mag Tattoos. Ich mag Tattoos. Ich habe selber welche. Ja. Ich habe alle Sims platziert. Alle. Ähm, ähm, Emilia. Emilia, bitte, ähm, Stamm bedienen. Das wäre nett. Ihr Küken. Ich will ja, dass die jetzt schon Eier legen. Ich will ja auch Profit mit den Hühnern machen. Meine Sims ist, äh, irgendwie richtig langweilig. Deswegen wollte ich mal fragen, ob ihr Challenges kennt, die richtig Spaß machen. Ich habe ein Video auf YouTube gemacht mit Tipps gegen Langeweile. Da habe ich verschiedene Sachen vorgestellt, was man machen kann, damit Sims nicht mehr so langweilig ist nach einer Zeit. Also wenn ihr euch das angucken wollt, dürft ihr euch das gerne angucken. Also ich wäre nicht böse, wenn ihr es tätet. Warum geht die denn alle weg? Vielleicht müssen wir auch einfach mal Männer kennen. lernen. Finde ich. Finde ich schon. Ah, das hat sie direkt drin gehabt. Teil für Sanitäranlagen. Verkaufen. Hallo, ich will verkaufen. Oh mein Gott. Der Stahl von Annabelle stinkt. Upsi. Kriege ich endlich mein Rückentattoo? Oh, was willst du dir tätowieren lassen? Ich hätte auch so gerne ein Tattoo. Eigentlich hätte ich gerne noch drei. Ich hätte hier gerne hinter dem Ohr Sterne von Neverland. Ich hätte hier gerne ein Zitat von Leonardo da Vinci. Und hier auf dem Arm hätte ich gerne die Flugmaschine von da Vinci. Ja, bin ich aber irgendwie noch nicht einfach zugekommen. Ich glaube, das schenke ich mir selber, wenn ich irgendwie mal wieder unter 100 Kilo sein sollte. Gartenverkaufbeginn. Oh mein Gott, deswegen kommen die Leute nicht, weil der Gartenverkauf zu Ende war. Oh mein Gott, bin ich doof. Oh, bin ich doof. Wisst ihr, was ich krass finde? Immer, wenn ich das erste Mal irgendwie eine Art Business-Tee-Klinik-Handel etc. habe, läuft alles gut und ich werde reich, aber danach gehe ich immer pleite. Warum? Ich mache meist nichts anderes als beim ersten Mal. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es dafür tatsächlich noch nicht lang genug probiert mit dem Einzelhandel und so weiter. Ich könnte das aber noch nicht gießen. Merkwürdig, das sieht so ausgetrocknet aus irgendwie. Oh, wir haben Geld gekriegt. Wir können uns die Hühner holen. Wir können uns die Hühner holen. Hühner kaufen. Eine braune Henne, ein schwarzer Hahn und eine weiße Henne. So. Brauchen wir noch einen Namen für die. Unsere weiße Henne heißt Nugget. Wer kommt da noch raus? Hallo, kommt da noch jemand raus? Und da, unsere braune Henne heißt Omelette. Motiv aus The Legend of Zelda. Oh, wie schön. Und die Sterne von Neverland. Ich habe eine Fee hinter dem Ohr. Oh, wie toll. Ja, Neverland und generell das Oh, Salsa. Nee, nicht Salsa. Ist für mich so eine emotional tiefe Bedeutung. Das ist für mich einfach so ein großer Teil von meiner Kindheit. Deswegen möchte ich unbedingt und die Sterne von Neverland haben. Wie nennen wir denn den Hahn? Midnight. Wir nennen Midnight. Hammer. Dankeschön für den Prime Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Hammer Ahad. Ist das richtig ausgesprochen? Vielen, vielen lieben Dank. Nugget und Omelette. Wie köstlich. Es sind die vorgeschlagenen Namen hier. Also das ist schon sehr bitter. Inventaranzeigen. Oh, wir haben immer noch Sachen hier drin. Ausstellen. Dann sind die beiden Sachen nämlich auch weg und dann können wir den Verkaufsstand hier auch gleich beenden. Wobei, wir können hier auch bestimmt wieder züchten. Genau. Dachte ich mir schon fast. So. Wir wollen hier ja demnächst auf einen Kaffee bauen. Oh, danke. Ausstellen. Eines noch haben wir jetzt noch. Das ging jetzt schnell. Ähm. Ähm. Oh mein Gott, wir haben einen Hype-Tree. Wir kommen den noch immer her. Was, du hast alle Sims aus Sims for Emilia platziert? Ja. Ja. Ich habe alle Sims, die ihr für Emilia erstellt habt, platziert. Was ist denn der Mund? Juli, Juli. Dankeschön für deinen Follow. Willkommen. Stand bei denen. Da fehlt noch ein Teil hier. Das schaffst du jetzt auch noch. Das schaffst du jetzt auch noch. Und dann darfst du hier mal Futter verstreuen. Und du musst unbedingt den Viehstall säubern. Die armen, armen Tiere. Ich will meine Rose tätowieren nächstes Jahr an meinem Geburtstag. Oh, wie toll. Ich liebe Tattoos. Ich finde die richtig, richtig toll. Ich habe auch mit der Farmlife-Challenge angefangen und ich liebe es. Oh, das freut mich so. Das freut mich so. Wie weit bist du schon? Hi, Misha bin wieder da. Mein Vater hat gesagt, ich soll mal nach Walkman googeln, weil ich das nicht kannte. Echt nicht? Walkman sind diese MP3-Player, wo man eine CD reinpacken musste damals noch. Alles hin, so keiner taucht auf. Ja, oder? Oder? Ich habe wirklich alle platziert und keiner kommt her. Was ist denn da los? Oh, wir können hier. Ja, wir sind fertig. Geil. Wir müssen irgendwie nochmal wohin reisen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht brauchen wir doch tatsächlich einfach einen Nachtclub, dass die Leute einfach mal hier rankommen. Hat hier nicht was geglitzert? Genau. Da hat was geglitzert. Sonst nicht, oder? Hat irgendwas geglitzert? Ne, glitzert nichts mehr. Okay. Ich habe auch angefangen, mein Zimmer ist direkt erfroren, habe neu angefangen. Oh no. Ne, ne, Walkman gehören Kassetten. Aber wir haben zu dem... Stimmt. Walkman waren die Kassetten und Discman... Ah ja. Ah ja, guck mal, ich schreibe das noch gerade. CD ist Discman, Walkman waren Kassetten. Stimmt. Aber das hatte ich früher auch noch. Da habe ich abends zum Einschlafen immer so die Kopfhörer drin gehabt. Oder hier so aufgehabt. Mit diesem ganz dünn, schmalen Bügel war das immer noch früher. und habe dann meine Benjamin Blümchen und Bibi Blocks Kassetten gehört. Ich fand das immer sehr schön. Ich verwende das nochmal und gehe nochmal duschen und dann müssen wir irgendwie mal ein paar Männer kennenlernen hier. Kann ja so nicht sein. Oder generell einfach mal ein paar Leute kennenlernen. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Wo sind die alle hin? Wo sind die alle hin? Ich habe sogar noch alles. Ein Walkman, Discman und einen MP3-Player. Einen MP3-Player habe ich glaube ich auch noch irgendwo. Fragt mich nicht wo, aber irgendwo habe ich noch einen. Ja komm, wir müssen mal eine Sause machen, Emilia. Aber ich habe tatsächlich noch einen. Die Arme des Zwergs. Vielleicht machen wir da einfach vorübergehend einen Nachtclub draus, dass mal ein paar Leute da hinkommen. Und ganz früher hatten wir ja noch Schallplatten. Meine Eltern hatten früher tatsächlich noch einen Schallplattenspieler und Schallplatten, aber daran kann ich mich nicht mehr so gut erinnern, weil ich da noch relativ klein war. Hat das einen Grund, warum dein Haus keine Fenster hat? Wir haben noch kein Geld für Fenster. Wir haben andere Prioritäten. Und dann hat sich das Band von der Kassette vertüttelt. Ich habe das manchmal extra rausgezogen, weil es mir so Spaß gemacht hat, das wieder reinzudrehen. Ja, ich war ein anstrengendes Kind, glaube ich. Und nicht, dass ich doch krank werde. Das habe ich gestern auch schon befürchtet. Und das wäre natürlich sehr ungünstig. Ich habe keine Lust, krank zu sein. Ich war erst krank. Hier, ich wollte das hier einfach mal auf Nachtclub ummodeln. Mal gucken. Nachtclub, 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 Nachtclub. Alter, wo ist der Nachtclub? Da. Zeit für Sport? Ach Gott, Lotti. Lotti, das mache ich gleich. Das mache ich gleich. Oh, wir haben schon alle Anforderungen erfüllt. Ja, geil. Aber Nachtclub. Würde ich aber sagen, wir packen da noch schnell so Tanzding hin. Dann lösche ich das hier nämlich mal raus. So, da ist ein Fussel. Zack, 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 zack. Und dann packen wir da so eine Tanzfläche rein. So. Da haben wir Musik, da können sie tanzen. Wobei wir dann noch irgendwie so ein DJ-Pult da reinpacken können. Ja, und das ist auch eben fertig. Und dann, 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 dann. Wo passt das? Das könnte passen. Da muss der Kamin leider weg. Schade. Schade. So, müsste passen. Müsste eigentlich passen. So, dann lassen wir hier mal laufen. Und ich mache meine Kniebeugen. Jetzt docken sie. Jetzt stockt das schon wieder. So, besser. So, Emilia, mach was du mit. Oh, ich glaube, das ist ein Sim von euch. Star DJ. Gucke mal an. Gucke mal an. So. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. 8 9 10 Vielen, vielen Dank für die kleine Sporteinheit am Morgen. Ich habe mir gerade ein Video angeschaut und es hat mir sehr geholfen. Dankeschön. Oh, Emi, das freut mich so. Bibi. Bibi löst Finger weg ein. Okay. Finger weg. Finger weg bedeutet, wir stalken Emilia, machen auf höchste Geschwindigkeit und ich setze den Timer auf 3 Minuten. Hey, super, es klappt alles. Und wir dürfen 3 Minuten lang nicht ins Spielgeschehen eingreifen. Wir dürfen sie beobachten, aber nichts steuern. Man war 3 Tage vor der Hochzeit so heiser, dass er absolut keine Stimme hatte. Das Gelübde hatte er niemals rausbekommen. Und nein, warum das denn? Warum das denn? Wupp, wupp, wupp. Ist ja schön, dass wir... Oh, Emilia mag romantische Musik. Das finde ich irgendwie schön, ja. Also das dürfen wir klicken, damit es halt weitergeht. Schön, dass hier auch eine Technik-Mächel-Möglichkeit ist. Aber bisher... Bisher ist alles artig. Oh mein Gott, ich dachte, ich habe das ausgeschaltet. Ja, er mag tanzen, ist mir doch egal. Ich kenne dich nicht! Oh, sind das Sims von euch? Oh, sind das Sims von euch? Sind das Sims von euch, Gilbert? Was hast du denn vor? Oh, ich glaube, da sind Sims von euch bei, Leute. Guck mal, wie viele Sims hier jetzt sind. Guck mal, Nachtclub funktioniert viel besser. Gilbert ist von mir. Ah, guck mal. Guck mal, da haben wir doch schon jemanden gefunden. Ich glaube, hier ist auch jemand von euch. Der mich heute, glaube ich, platziert. Das ist unsere Mom. Ja, das ist unsere Mom. Ich glaube, der ist auch von euch. Ach ja, ja. Ja, stimmt, das ist ja der Gilbert. Stimmt! Miki, dankeschön für vier Monate. War auch schon vier Monate bei meiner Lieblingsgesieberin. Dankeschön! Vielen, vielen Dank. Gott, ist das ein Gewusel mit den ganzen Sims. Ich sitze schon seit zwei Stunden mit zwei Duetts. Meine Haare sind immer noch nicht trocken und ich will locken. Oh nein, oh nein. Stimmt, Gilbert, Anna, äh, Anne und Christian. Stimmt. Ja, Jana mag halt Fitness, sonst ist mir doch egal. Ach, guck mal. Na, Wien. Ach. Ach, nee. Oh no, warum geht ihr denn jetzt alle? Und er so ganz hinten. Yay! Warum geht ihr denn jetzt alle? Ich wollte euch doch kennenlernen. Jetzt sind kaum noch Leute da. Die gehen alle nach Hause. Und ich darf nicht eingreifen. Oh mein Gott, ist das, ist das traurig. Ich habe gerade irgendwie eine gute Bauidee. Ich hatte mega Lust, so eine Art Dorfdisco zu machen. Vielleicht eine ausgebaute Scheune. Ich glaube, ich mache mehr. Ähm, mich mal eins bauen. Oh, wie schön. Sehr coole Idee. Guten Morgen, Sally. Hier ist einfach langweilig. Hallo, mach mal was. Guck mal, Rahul ist doch da und alle anderen sind irgendwie nach Hause gegangen. Und nein, sie ist müde. Sie will schlafen. Oh, ich muss schon wieder Nase putzen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich mache hier mal meinen Ton auf. Oh, so. Da bin ich wieder und die drei Minuten sind rum. Sie geht pinkeln. Sie war gar nicht so müde. Sie war tatsächlich gar nicht so müde. Und jetzt sind einfach alle Sips weg. Und wir haben alles verpasst. Also darauf war ich jetzt nicht aus. Wir haben alles verpasst. Sie sind alle weg. Sie sind alle weg. Aber das funktioniert hier wenigstens. Und so eine Dorfdisco finde ich cool. Also haben wir ja jetzt hier mehr oder weniger. Das finde ich eigentlich ganz cool so. Hier oben kann man sich auch nochmal gemütlich hinsetzen und so. Das finde ich eigentlich ganz schön. Das ist auch ein schönes, großes Grundstück. Also da kann man bestimmt richtig gut so eine Dorfdisco drauf machen. So. Sie geht Pipi machen. So. Aber so richtig erfolgreich waren wir hier jetzt nicht. Nehmt. Neue Leute kennenlernen. Wir haben hier wieder Rahul. Hallo Rahul. Wir verschönern dir mal deinen Tag. Machen wir einfach mal so. So. Ich habe gegessen. Nun werde ich auch etwas hullern. Okay. Viel Spaß, Farina. Ich dachte, hullern? Meint sie vielleicht pullern? Ne, hullern. Ah, Hula Hoop. Ich muss erst mal diese Assoziationsketche ziehen. Oh, sie haut ab. Ähm, ich wollte nicht mit dir reden. Mit Ute. Ne, Ute, geh weg. Ute, ich will nicht mit dir reden. Oh, Emilie, willst du einen kleinen Einkaufswummel machen? Oh, Gilbert. Aber Gilbert ist ja dann ja eigentlich schon vergeben, ne? Komm, wir sagen ihm trotzdem mal Hallo. Wir sagen, wir stehen uns einfach mal lustig vor. Oder? Hallo, Gilbert. Oh, ich glaube, das ist auch ein Sim von euch. Oder? Ne. Ne, doch nicht. Nein, Mom. Ich kann grad nicht. Entschuldigung. Heute nicht. Guck mal, stellen wir uns Gilbert wenigstens mal vor. Oder? Aber wir wollen ihn natürlich Anne nicht wegnehmen. Wenn ich auf Örtchen muss, sage ich es nicht. Und Gilbert ist Single. Ah, okay, er ist mit Absicht Single, weil ich dachte, im Buch sind die ein paar, meine ich mich dran zu erinnern. Also, dass ihr das irgendwie meintet. Na gut, wenn du Single bist, machen wir mal ein von Herzen kommendes Kompliment. Bitten abzuhängen. Können wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen über Veränderungen in der Nachbarschaft reden. Aber mal sagen so, ja, in letzter Zeit sind so viele Leute dazugezogen. Oh, das ist irgendwie so schön, dass unsere kleine Stadt, unser Dorf so wächst. Und jetzt habe ich irgendwie die schöne und das Misspell im Kopf. Es ist unsere Stadt, ist ein ruhiges Dörfchen. So, wisst ihr, was ich meine? Katerfuss, vielen lieben Dank für deinen Follow. Schön, dass du da bist. Im Buch ja, im Spiel nicht. Okay. Sehr gut, davon können wir auf jeden Fall profitieren. Können wir jemanden parodieren und kennenlernen. Kennenlernen ist sehr wichtig. Oh, Gilbert zeigt Anzeichen der Persönlichkeitsart fürsorglich. Das ist ja süß. Oh mein Gott, sie mag Comedy nicht. Okay. Okay. Kann ich mit leben. Über Aufgeschlossenheit reden. Äh, Gilbert. 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 Ich möchte meine Fröhlichkeit dir gegenüber ausdrücken. Ist das okay? Okay. Okay, wir können ja trotzdem gleich zusammen tanzen, wenn er tanzen möchte. Äh, Naturfreak-Tipps geben. Emilia ist heute die Geschenkfreundin von Agnes. Sie freut sich, Emilia als Mitglied der Gemeinschaft ein Geschenk zu machen. Wenn Emilia die Tradition fortsetzen möchte, sollte sie einem Bewohner von Hanford & Begley ein passendes Geschenk machen. Was? Okay, du wohnst doch an Hanford & Begley. Können wir dir ein Geschenk machen? Können wir dir ein Geschenk machen? Okay, freundlich. Geschenk geben. Freundliches Geschenk geben. Ähm. Du bekommst. Wir haben Fleischpastete bekommen. Ist das süß. Wir haben einfach Fleischpastete bekommen. Guck mal, ich schenke dir Coverwurzeln. Das ist jetzt so nett von ihr. Ich weiß gar nicht, was alle gegen Mr. Mrs. Crumble Button oder wie sie heißt. Wie heißt du? Knautschgesicht. Mrs. Knautschgesicht haben. Die ist ja voll nett. Die ist voll nett. Das ist voll schön. Ami, vor. Hallo. Schön, dass du da bist. Das ist eine extra Interaktion, also nicht die normale Geschenke geben Interaktion. Was? Habe ich die Funktion nicht? Kommt die erst mal in einem bestimmten Freundschaftslevel? Und müsste ja dann mal freundlich sein, oder nicht? Freundlich? Nein. Nein. Tiefrunde Unterhaltung. Ähm, also ich habe es noch nicht gefunden. Unter welcher Kategorie ist das? Aktion. Nein, das ist das nicht. Oh, die haben mein Gefühl zusammenhalten. Vielleicht nur bei diesen Einheimischen. Hm. Oh. Hier, er ist doch ein Einheimischer. Simon Scott. Ich glaube, das ist der Mann. Steh mal bitte auf. Ich glaube, das ist der Mann von der Pappbesitzerin hier. Meine ich mich dran zu erinnern. Das hat doch ein extra Symbol. Oh nein, jetzt ist er weg. Oder müsste was mit... Oh. Rahul. Rahul, guck mal. Du bist doch definitiv ein Einheimischer. Oh, vertrauliches Gespräch über Hanford fühlen. Äh, führen. Meine ich. Böse Lebensweise ablegen. Ähm. Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. Nicht böse. Nicht böse sein. Von Herzen kommendes Kompliment machen. Und irgendwo müsste das ja dann sein. Ich gehe nochmal auf freundlich. Hier ist es nicht. Geschenk überreichen. Oh. Okay. Wir geben ihm... Gabawurzel. Was macht denn der Techtel-Mächtel-Mod? Ähm. Eigentlich ist das kein Techtel-Mächtel-Mod. Ich meine, das kommt von... Wonderful Wims. Techtel-Mächtel-Mod. Beziehungen entfernen. Beziehungen hinzufügen. Entscheidungs-Pop-up. Schwangerschaftspräferenz auswählen. Beste Zufall und Zeit. Die Wünsche in der Sims entscheiden. Ja. Möchte sie Kinder? Kinder? Sie wäre glücklich, schwanger zu sein. Jetzt schon? Schokobären sind schwer zu finden. Das weiß jeder. Aber was die meisten nicht wissen... Bramblewood auf der Isle of Wolves wachsen welche. Pst, sag's nicht weiter. Oh, dann sollten wir da ja eigentlich mal hingehen, oder? Sphinx-Karotte. Vielen lieben Dank für zwei Monate. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Danke, danke. Sollte von Woohoo Vendus kommen. Ja, genau, so meinte ich. Hab ich das auch gesagt, oder hab ich den Falschmod gesagt? Auf jeden Fall, so in die Richtung kommt das. Ich wollte hier nochmal, äh, Sim-Profil öffnen. Größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Schön. Oh, er hat noch einen anderen Lebensstil. Als attraktiv empfunden. Und ein Nachbar. Oh, Gilbert. Oh, Gilbert. Wir verschönern ihm mal den Tag. Nein, 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 nein. Aber du hast jetzt ein Geschenk gegeben, richtig? Nicht geschätztes Geschenk. Oh, ist das traurig. Gilbert, hast du das nicht gemocht? Ist er noch da? Ja, gucke mal. Können wir mal einen Tanzwettbewerb machen? Mit Gilbert. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir unsere Farben weiter voranbringen, weil Emilia ist auch schon sehr nüde. Wobei es eigentlich noch gar nicht so spät ist. Es ist nicht mal 14 Uhr. Mitternachtspilze? Oh, das klingt interessant. Dann müssen wir gleich mal schlafen gehen. Und dann... Oh, er ist sauer. Upsi. Und dann... Hallo? Tanzwettbewerb? Machen wir mit an das Ausflug. Gerade das Baby angesprochen, das unterm Tisch beim Hund saß. Und die hat sich so erschrocken, dass sie erstmal halb umgefallen und eigentlich weggekrabbelt ist. Upsi. Oh Gott, ist das süß. Oh, ist das so niedlich. Warum ist das so niedlich? Ich kann mir das so gut vorstellen. Wir haben ja auch eine Familiengruppe bei WhatsApp. Hat, glaube ich, jeder mittlerweile, oder? Und da haben wir auch so viel Baby-Content von meinen beiden Nichten. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Tanzwettbewerb! Wuh! Und da sind so süße Videos bei. Ich finde es immer so traurig, dass ich das nicht teilen kann, weil ich halt meine Nichten noch nicht im Internet teilen möchte. Aber... Oh, sie sind so süß. Wasser und Pilzen und Beeren finden da auch einige. Okay. Dann reißen wir da auf jeden Fall gleich mal hin. Also, er tanzt auch schon nicht schlecht. Nur gucken die mich nicht an, die Sims hier. Zamba! Ich möchte noch einen Kaffee. Warum ist Habi nicht im Lergi? Vielleicht mache ich mir gleich noch fix einen Kaffee. Wenn Emilia schläft oder so. War es das schon, oder was? Na gut. Dann werden wir... Ist es zu früh, wenn wir auf Romantik gehen? Wir können ihn ja einfach mal kurz anflirten. Einmal anflirten und dann gehen wir nach Hause. Einfach so ein bisschen kukkittieren ist, glaube ich, nicht verwerflich, oder? Hier, lasst das mal. Muss nicht mehr zuschauen. Geh zu Gilbert. Komm. Ah, da kommt er schon. Und? Geh weg. Er mag es! Yay! Okay, dann können wir ab nach Hause, weil wir müssen unsere Pastete auch in den Kühlschrank packen, weil sonst wird die schlecht. Und das wäre sehr schade. Warte, der Blonde? Der Blonde ist auch einer von mir. Der hier, Michael Porn. Oder habe ich jetzt einen verdattelt? Der hier ist nicht von dir. Aber deinen Blonden, der die kleine Katze hat, den habe ich auch platziert. War der hier gerade? So, ab nach Hause. Wundervoll. Seht nur so aus. Okay, ich dachte schon, ich habe irgendwie einen Sim verpasst, oder so. Also, platziert ist er auf jeden Fall. Ich glaube, wo habe ich ihn platziert? Also, ich habe in so verschiedenen Welten so einige Sims noch von euch platziert. So, wir müssen auf jeden Fall hier, wir probieren, mal ein Stück Pastete. Warum ist das schon wieder kaputt? Oh, dann sollten wir auf jeden Fall noch mal Eis hinzufügen. Dann können wir hier den Rest von der Pastete hier reinpacken. Und das muss sie leider noch einmal fix reparieren. Und dann darf sie schlafen gehen. So, ich glaube, das ist eine ganz gute Reihenfolge hier. Und dann können wir gucken, dass wir dann später, ich glaube, wir müssen die Hühner noch mal füttern, wobei ein bisschen haben die noch. Mal zu dieser, einen Stelle da fahren. Aber ich glaube, ich mache mir noch fix einen Kaffee. Ich lasse die Kontrolle auf Emilia, dann könnt ihr sie so ein bisschen stalken. Und, ach komm, ich mache hier mal auf schnell, mal gucken, was noch passiert. Ich bin gleich wieder da. Hallo, Baby. Hallo, Baby. Hallo, Baby. Sharpie, Nisbah! Oh, oh! Ah! 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 Da sind wir auch wieder. Das Lautstatt ist immer an, ja. Meine Kuh ist unglücklich. Oh no. Wir haben gerade die Benachrichtigung. Oh Annabelle. Viel Steil säubern. Wir werden sie mal herbeirufen und dann werden wir auch nochmal hier Steil säubern und Eier sammeln und Futter versprühen. Verteilen, meine ich. Wie lange wirst du noch streamen? Nicht mehr lange. Also bis eins vielleicht. Halb eins. So in der Art. Damit halt die Folgen für YouTube dann auch nicht zu lang werden, denke ich mal. Oh, wir können ja auch wieder einiges ernten. Alles ernten? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Aber wir haben schon mal den ersten Mann kennengelernt. Finde ich auf jeden Fall schon mal sehr cool. Ist das schon hier bei den Freunden angezeigt? Ne, noch nicht. Aber, wo ist er? Wo ist er? Gilbert. Könnte ein potenzieller Kandidat sein. Ein, ein. Oh Gott. Wie hieß das nochmal? Wie hieß das nochmal? Ach egal. 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 Mir fällt das Wort ein. Passt perfekt. Dann gibt's Essen fürs Baby. Auch sehr gut. Sehr gut. Bezo. Ey, was sind meine Eier? Oh, der Emo von Camille ist ja süß. Der ist richtig süß. Gefällt mir richtig, richtig gut. Beta ist tatsächlich ganz gut verkraftet. Also er ist sehr schmusig. Er weckt uns ja immer, indem er sich mit dem ganzen Körper direkt in unserem Gesicht anschmust. Und er so, Mama, bist du jetzt wach? Ja, jetzt bin ich wach. Ja. Aber wir lieben unseren kleinen Ex-Eiermann. Die Felder brauchen aber so viel Pflege. Ja, ich weiß, das ist voll. Komm. Let's go. Nein, du klaust nicht unsere Ernte, ich sag's dir. Samira, aus. Übung für zukünftige Kinder. Ich glaub auch. Ich glaub auch. Oh mein Gott, das ist gewittert. Oh, lauf bitte nicht rein und brech die ganzen Sachen ab. Aber das find ich hier ganz cool, dass wir jetzt das hier so eingezäunt haben und die Hühner hier wirklich einfach nur in diesem Gebiet hier rumlaufen. Das find ich ganz gut gemacht. Damit bin ich tatsächlich ziemlich zufrieden. Wollte nachfragen, ob das CC herunterladen kostenlos ist. Bei den meisten, ja. Meistens ist das kostenlos, yep. Gestern erfahren, dass der Freundin fünf Katzen in ihrer Dreiraumwohnung hat. Oha! Fünf Katzen in einer Dreiraumwohnung ist schon recht eng. Also ich hatte mal gefragt und das heißt irgendwie am besten, dass irgendwie pro Katze hat man einen Raum. Dass die Katzen sich auch gegenseitig gut aus dem Weg gehen können und jeder dann so sein eigenes Zimmer hat, wenn irgendjemand Krach sein sollte oder so. Genau, was Naka Omi sagt, was Naka Omi sagte. Unsere armen Hühnchen. Aber Emilia macht das ganz gut. Sie lässt sich davon nicht so arg einschränken, wie ich dachte. Arg viel sag es doch. Habe ich ihr auch gesagt. Oh mein Gott! Oh, ob sie das alles jetzt noch schafft? Oh, lass dich nicht wieder treffen, Emilia. Oh nein! Samira! 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 Lass das Ei fallen! Wir sollten vielleicht dann doch warten. Da ist das Ei. Okay, wir lassen Emilia einfach mal drinnen. Sonst grillt die uns weg. Dann kannst du zweimal duschen gehen, du kannst einmal pinkeln und du kannst gerne Reste nehmen. Hier. Das ist hier auf jeden Fall auf der sicheren Seite und wir können das Ei in unser Inventar packen. Ist das ein Brutei? Ne. Ne, ist das nicht. Okay. Dann müssen wir warten, bis das Gebieter vorbei ist, weil sonst ist die Challenge ganz schnell vorbei, weil Emilia uns wegstirbt. Ich bin's Chris, hallo und herzlich willkommen und vielen, vielen Dank für dein Follow. African Girl, hi, schön, dass du da bist. Ja, klar, ich ist auch immer auf dem Pott und lache. Oh, der bringt 10. Was haben wir denn da mit? Frösche züchten. Mit unserem Surferfrosch. Da können wir die Frösche hier schon wieder reinpacken. Zack, zack. Das können wir so verkaufen, das kann hier mit drauf. Das können wir alles auf den Markt. Okay. Okay, okay. Hallo, du hast einen Stuhl. Aber mein. Girlie, hi, schön, dass du da bist. Hallöchen. Oh, dieses Gewitter. So, hoffentlich kriegen wir wenigstens ein paar Mineralien davon. Warum trinkst du denn jetzt was? Du musst nur wieder pinkeln. Du könntest ja ein paar Sachen einmachen. Dann nutzen wir das einfach. Hier eingemachte Pilze. Zauberhafter Pilz. Ja, machen wir das. Machen wir das. Machen wir das. Und dann können wir einfach noch ein paar mehr Sachen machen. Wir können Tomatensoße machen. Und Fleischersatz. Und noch mehr Tomatensoße. Weil dann bringt das jetzt auch mehr Geld, wenn wir es ein bisschen verarbeitet haben. Oh, ich muss schon wieder Nase putzen. Es tut mir leid. Oh Gott. Vielleicht kriege ich doch eine Erkältung. Mausel, hi, schön, dass du da bist. Color Beautiful, hi. Schön, dass du hier bist. Ah, jetzt kriege ich wieder mehr Luft. Das ist schön. Nächsten Monat gibt es bei uns wieder Geschäftiger zu leider. Da weiß ich nicht, ob ich bei so vielen Streams dabei sein kann. Ich werde es versuchen, kann es aber nicht versprechen. Aber nachholen werde ich sie bestimmt. Wenn es nicht klappt, Nakoomi, dann klappt es nicht. Das ist auch überhaupt nicht stimmt. Wie gesagt, diese Not-to-Barry-Challenge und die Farmlife-Challenge werde ich auch nachher auf YouTube hochladen. Ähm, und ja. Also ich werde es ja so machen, dass ab September, wenn ich wieder an meinen normalen Streaming-Tagen streame, dass ich feste Tage habe, wann ich was streame. Also sonntags wird unser Variable-Tag bleiben, dass wir da mal bauen oder mal Planet Zoo spielen oder Phasmo oder irgendwie was anderes mal spielen oder so, dass wir uns da halt spontan entscheiden können, was wir da machen wollen. Und Dienstag ist dann immer Farmlife-Challenge und Donnerstag ist immer Not-to-Barry-Challenge oder andersrum. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall so in der Art. Du hast einen tollen Pullover an. Ist ja selbst gemacht. Vielen Dank. Ähm, der Pullover ist immer ganz, ganz heiß begehrt. Da werde ich ganz oft nachgefragt. Den habe ich nicht selber gemacht. Der ist von der Stange. Der ist von H&M, glaube ich. Aber habe ich auch schon ein paar längere Jährchen und keine Werbung noch Sponsor selber gekauft und so. Ja. Ich spiele gerade meine Disney-Legacy-Challenge und ich habe erfahren, dass meine Snow einen sechsten Jungen bekommt. So nervig. Oha. Oha. Annalena. Danke schön für den Follow. Meine Snow ist ja auch wieder schwanger. Und da habe ich schon ein bisschen Angst. Ich hoffe, hoffe, hoffe so sehr, dass das jetzt unsere Cinderella wird. Und wenn nicht, dass es wenigstens nur ein Kind wird. Weil mit den Drillingen das, äh, das packe ich nicht. Das packe ich nicht. Ich bin so froh, dass wir dann demnächst in das neue Haus einziehen. Wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht. Also ich schaffe das nicht. So viele Säuglinge und Kleinkinder bei Sims. Ich meine, ich bin ja schon ein bisschen geübt durch die 100 Baby-Challenge, aber die habe ich jetzt auch schon seit einer Weile nicht mehr gespielt. Ja. Ups. Guck mal, einige Sachen haben wir jetzt schon. Pokémon. Das können wir ja eigentlich mal wegpacken, oder nicht? Nehmen wir das mal auf, bitte. Das Lichterfest hat begonnen. Es gewittert einfach immer noch. Und wir haben hier keine Mineralien. Wir sind hier voller Pfützen. Aber wir haben keine Mineralien noch, die wir zugreifen könnten. Du kannst das hier reinpacken. Was hast du jetzt vor? Verdorbenes Essen aussortieren. Das darfst du gerne machen. Okay, dann darfst du noch mehr Eis hinzufügen. Oh, Eis hinzufügen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und einmachen. Oh, Schokoladensirup. Eingemachter Kopfsalat. Eingemachte Wasser. Oh. Das sieht gut aus. Oh, hat sie die ganzen Sachen jetzt verbraten? Nee. Nee, hat sie noch. Lachen wir zusammen. Was habe ich jetzt noch verpasst? Misha, ich würde dich ganz dezent auslachen. Nur ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Oh, na toll. Na toll. Danke. Also sie hat ja jetzt... Snow hat ja jetzt Jacques. Sie hat Toulouse. Sie hat Berlioz. Und sie hat... Lumière. Vier Kinder hat sie jetzt. Also es fehlen nur noch drei Kinder. Also theoretisch, wenn sie jetzt nochmal Drillinge bekämen, wäre ich wenigstens durch. Dann muss es aber auch ein Mädchen sein. Ansonsten wird halt eines der Kinder ein Transgender. Hatte ich mir schon so überlegt. Und... Ja. Trotzdem wäre ein Kind irgendwie ganz nett. Na Komi, danke schön fürs Posten. Es gewittert immer noch. Nein, 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 nein. Du bleibst doch bitte drin. Wobei, du bist ja jetzt nicht mal angegrillt, ne? Dann könnten wir ja eigentlich hier auch mal gucken. Kannst du Annabelle mal herbeirufen? Ich will, dass du dich wenigstens einmal kurz um die Tiere hier kümmerst. Annabelle putzen. Annabelle melken. Futter auffüllen. Viehstall säubern. Dann ist Annabelle auf jeden Fall schon mal versorgt. Sie ist einfach schon wieder gegrillt worden. Oh, sie hat aber auch ein Pech. Sie hat aber auch ein Pech. Annabelle ist so unglücklich. Leicht schmutzig. Halb. Solange sie jetzt im Viehstall ist, kann hier ja eigentlich nichts passieren, oder? Sauber. Voll. Okay, wir sollten, wir legen uns einfach schlafen. Wir legen uns einfach schlafen und hoffen, dass Emilia heile zuhause ankommt. Und nicht wieder getroffen wird. Oh mein Gott. Zählt das verstorbene Baby nicht? Ne, das zählt nicht. Ne, der hat ja auch bald der Geburt mit zwei Mädchen. Bei welcher Geburt? Eigentlich hört mich das immer bei den Sims ganz gut, dass das relativ ausgeglichen ist. Oh, da bin ich hier so. Alter, es gewittert, Frau. Es gewittert. Es ist nicht nur Regen. Dass junge Mädchen immer relativ ausgeglichen sind. Ich meine, bei meinen Reilies ist das zum Beispiel sehr ausgeglichen. Wobei wir eine Zeit lang auch mehr Jungs bekommen haben. Und ich meine auch gelesen zu haben, dass bei Sims die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht höher ist, einen Jungen zu bekommen als ein Mädchen. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Also ich hoffe auf jeden Fall auf eine kleine Cinderella. Also wir werden sie nicht Cinderella oder Ella nennen. Das weiß ich schon. Eventuell an was Französischem angelehnt. Wobei Cinderella ist ja glaube ich Französisch, oder? Meinte glaube ich jemand in den Kommentaren. Aber ebenso wie ich meine Snow, nicht Snow, sondern Blanche nenne, möchte ich halt gerne auch einen anderen Namen für meine Cinderella haben. Asche finde ich zum Beispiel ganz cool. Von Asche. Da muss ich irgendwie an Game of Thrones denken. Ja, mal gucken. Also ich weiß noch nicht, wie wir sie dann nennen, aber es ist ja auch noch nicht so weit. Es ist ja auch noch nicht so weit. Samonelle bekommen auch Zwillinge. Ja, das stimmt. Da bin ich immer noch dezent überfordert. Aber ich bin schon froh, dass es wenigstens nur Zwillinge sind und keine Drillinge. Von daher geht das noch. Was? Hä, ich habe sie doch gefüttert und so. Wir haben uns doch gerade um sie gekümmert. Ich habe mich doch gerade um sie gekümmert. Annabelle musste zu lange ohne Futterreinigung oder Zubindung auskommen. Nach reiflicher Überlegung ist Annabelle gegangen, um ein besseres und sicheres Zuhause zu finden. Annabelle wünscht der Familie Kang alles Gute, wird jedoch niemals zurückkehren. Hey! Ich habe mich doch um sie gekümmert. Wolltest du die Belle Legacy da nicht vorziehen? Ja, aber erst nach der Cinderella Legacy. Weil ich für Cinderella schon einige Ideen habe und wir ja auch das Haus von Cinderella schon gebaut haben. Deswegen wird die nächste Generation Cinderella werden und dann weiß ich leider noch nicht genau, ob wir dann... Sie ist immer noch so angegrillt, ne? Oh mein Gott! Und das Hohn hasst uns. Ob wir dann die Tiana Legacy danach machen, wie es halt vor einer richtigen Reihenfolge wäre, oder ob wir dann die Belle Legacy machen. So, wir werden unsere Viecher jetzt erst mal füttern. Oh mein Gott! Die Hühner tun mir so leid! Wir müssen uns besser um sie kümmern. Aber ich meine, es hat die ganze Zeit gewittert. Ich habe sie geputzt und gemolken. Dann müssen wir uns doch mal eine neue Kuh kaufen. So. Dann ist das jetzt... Ne, nicht Gertrud. Du bist... Annabelle 2. Guck mal. Und wir werden dich putzen. Wir werden dich melken. Und wir werden lieb zu dir sein. Wir werden dich ganz enthusiastisch streicheln. Und wir werden dich mit Liebe entrücken. Ich habe meine Kuh auch Annabelle genannt. An den Weihnachtsfilm angelehnt. Ja genau, genau. Bei uns auch. Die Schöne und das Biest spielst du gar in Frankreich. Ja, deswegen dachte ich, das wäre richtig, richtig cool. Alle fruchtbar deines Sims, ehrlich. Also es hat ja mit Kalani angefangen, dass er direkt Zwillinge... Ne. Hat mit Keto angefangen. Dass Keto Zwillinge bekommen hat. Und dann hat Kalani, weil er auch das Merkmal fruchtbar hatte, zweimal Zwillinge bekommen. Ja. Ash wäre toll. Eine Ash finde ich Ascher besser. Guck mal. Aber um Annabelle 2 kümmern wir uns gut. Dann müssen wir Heuer setzen für 100 Simoleon. Oh. Cecilia Kang ist auch zu Erwachsenen gealtert. Ja, wir werden auch bald zu Erwachsenen. Ah, unsere Eltern sind irgendwie sehr jung. It runs on the family. Ja. Es liegt definitiv in der Familie. Akejo. Dann Kalani. Jetzt Samu. Vor allem zieht sich das immer so durch die Erstgeborenen mehr oder weniger. Ich bin ja vor, dass Ilja keine Zwillinge bekommen hat, weil sie ist ja eigentlich die Erstgeborene. Irgendwie 2 Minuten älter als Samu. So, guck mal. Ja. Kümmern wir uns ganz liebevoll um unsere Annabelle. Ein bisschen. So, wir werden hier nochmal Futter verstreuen. Dann geht's denen auf jeden Fall wieder gut. Oh, wir müssen uns dringend um unsere Pflanzen kümmern. Alle gießen. Gebiet mit Insektenspray bestreuen. Äh, weiterentwickeln. Und alles ernten. Ich würde gerne alles ernten. Geht das? Alles ernten. Und dann können wir hier nochmal gucken, was mit Weiterentwickeln ist. Oh, ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken, sonst wird ja wieder kalt. Ich muss unbedingt duschen. Den Stall habe ich gerade gesäubert. Weiterentwickeln. Oder? Habe ich den gerade gesäubert? Ich meine eigentlich ja. Hier weiterentwickeln. Der nicht. Wie sieht's aus? Leicht spitzig. Ja, dann können wir die gleich nochmal säubern. Nein! Schon wieder Samira. Samira verjagen. Der Herr macht das gut. Wobei er auch direkt abhaut. Warum bist du unglücklich? Ach, vom Fuchs erschreckt. Okay. Auf Carlina bin ich so gespannt. Auf Carlina bin ich richtig gespannt. Ich musste doch das Intro machen. Da wollte ich das Skript noch schreiben. Bei der Not-The-Barry-Challenge habe ich mit dem... Nee. Bei Carlina habe ich tatsächlich schon das Skript angefangen. Das wollte ich nochmal überarbeiten. Ich habe schon auch geguckt, dass ich schon mal ein paar Posen raussuche. Weil das ist auch etwas, was ich unbedingt noch im Urlaub fertig haben möchte. Damit wir mit der Black-Widow-Challenge mit Carlina dann auch direkt nach meinem Urlaub starten können. Weil ich freue mich auch einfach so sehr auf wieder mit Samu und Nayla zu spielen. Und dass sie die Zwillinge endlich bekommen und so. Weil Nayla ist ja schon gefühlt seit Ewigkeiten schwanger. Weil ich ja die Schwangerschaft pausiert hatte, damit wir die Geburt auch mitbekommen. Ich freue mich da auch schon sehr drauf. So, Emilia, mach mal hier ein bisschen Hobbygaloppi. Ist Annabelle dreckig? Nee. Alter! Emilia, komm mal her! Samira hat verloren! Yay! Meine Hühner rocken! Emilia, kannst du sie bitte einfach mal verjagen? Sie braucht ja echt eeeewig! Geh weg, Samira! Mitneid kümmert sich um Annabelle. Und jetzt können wir hier nochmal alles jäten und alles ernten. Und da müssen wir uns nochmal ein bisschen um Emilias Bedürfnisse kümmern. Lebensstil gewonnen! Enger Zusammenhalt! Oh, schön! Oh, schön! Ich mag das immer ganz gerne, wenn meine Sims Sachen entwickeln, die ich so noch nicht kannte. Weil bei mir haben sie ganz oft glücklicher Single und gesellig, aber sonst... Franel! Hi! Vielen lieben Dank für 100 Bits! Vielen lieben Dank für deine Unterstützung! Danke, danke! Wollte ich nur kurz da lassen. Oh, dankeschön! Sind YouTube und Twitch eigentlich dein Hauptberuf? Ja! Ja, sind es! Bist du hier überhaupt fertig? Sie ist tatsächlich fertig! Das glitzert nichts! Tiere sind versorgt! Glücklich und zufrieden! Ich meine, Midnight hasst uns, aber... So wirklich Wunder tut mich das jetzt nicht! Dann können wir uns ja um Emiliya kümmern! Essen tut sie schon was? Hervorragend! Wir können hier auf jeden Fall auch nochmal Eis hinzufügen! Ja, die geht langsam ein bisschen weg! Du darfst aufessen! Danke! Dann darfst du das einmal wegwerfen! Dann darfst du einmal verwenden! Und du darfst dann zweimal kurz... Nee, schnell und lau warm duschen! Und dann ist sie auch schon wieder fit! Mensch! Wir können hier nochmal Frösche züchten! Kommt der hier wieder rein? Oh, ein Brutei! Sind das zwei Bruteier? Kann ausgebotet werden? Wundervoll! Dann kriegen wir Küken! Und den Rest können wir eigentlich verkaufen gehen! Das heißt, wir fahren am besten gleich nochmal auf den Markt! Öffnen! Ah, Milch ist noch frisch! Hervorragend! Oh, ist unsere Pastete kaputt gegangen? Oh, das ist schade! Das ist schade! Ich habe mich so über die Pastete geforscht! Äh, Emiliya! Emiliya! Dusche! Fragezeichen! Ich stinke gern! Ich stinke gern! Starmgeld! Zeit für Sport! Oh mein Gott! Okay! Dann darf ich Emiliya duschen! Ich fudsel dich hier schon wieder! Ich lasse hier zweimal duschen! Und ich mache Sport! Heißt nämlich, zehn Kniebeugen! Hüftbreit aufstellen! Die Knie dürfen nicht über die Zehen! Gerade rücken! Eins! Zwei! Drei! Vier! Fünf! Sechs! Sieben! Acht! Neun! Zehn! Vielen lieben Dank für die Sporteinheit! Damit ich ein bisschen fetter werde! Und weniger fetter! Mimbelus! Mimbeltonia! Vielen lieben Dank für den Follow! Vielen, vielen lieben Dank! So, wir werden direkt mit ihr losdüsen, bevor wir hier irgendwie die Zeugen verpassen! Das denn nicht draus entwickelt! Wie schifft mich das jetzt? Wir wollen fragen, ob wir heute mal ein bisschen wie auf der Sowie höher waren! Jetzt so ein bisschen wie darauf meine Haare färben! So läuft jetzt. So läuft jetzt. Und dann, wenn das denn? Wir werden mal handeln. Und dann werden wir unsere Sachen verkaufen. Und dann haben wir hoffentlich wieder ein bisschen mehr Geld. Ich hoffe, ihr habt auch alle was zu trinken. Sachen verkaufen. Gott sei Dank. Blaubeere, Brombeere, unsere Eier können wir verkaufen. Die Pilze. Das können wir verkaufen. Das. Körperwurzeln bringen halt nix, ne? Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Vitaldünger kommt weg. Wir düngen sowieso nicht. So. Oh, oh. Das sieht gut aus. 5000. Uns fehlen nur noch 5000. Uns fehlen nur noch 5000. Oh, der Markt hat begonnen. Oh, wir haben gerade unsere ganzen Sachen verkauft. Okay, sie möchte zuschauen. Das darf sie. Hier ist der Markt. Was müssen wir ausstellen? Milch. Oh, Milch. Oh, wir müssen nochmal, wir müssen nochmal nach Hause. Und nochmal Milch abholen. Ich hoffe, Annabelle 2 gibt gerade mal Milch. Gehen wir kurz was überziehen. Habe mich nach dem Duschen direkt im Tuch an den PC gesetzt, um nicht so viel zu verpassen. Och, Haruna. Mach das. Ich habe jetzt wieder braune Haare. Oh, schön. Was hattest du vorher, was für eine Haarfarbe? Nein. Asia. Geh weg. Können wir dich melken? Ja, perfekt. Dann können wir eventuell tatsächlich noch Milch einreichen auf dem Markt. Strip, strap, strul. Der Eimer ist gleich voll. Dankeschön. Jetzt können wir wieder zurückreißen. Mit Rechtsklick. Mit Rechtsklick auf den Pfeil und dann geht das direkt 10 hoch. Lila. Oh, Lila ist cool. Ich stand auch letztens vor den Regalfarben. Also vor den Haarfarben im Regal. Vor dem Regal mit den Haarfarben. Oh mein Gott. Jetzt habe ich es. Und war auch immer bedingt so, oh. Machst du mal Lila? Und dann gehst du wieder auf Rot, auf dieses Kupfer. Oh, Gilbert. Hi. Noch Zagfragen. Eigentlich wollten wir hier mal unseren Beitrag einreichen. Wir gehen mal hier hin. Beitrag einreichen. Cecilia, nein. Wir können gerade nicht. Tut mir leid. Tut mir leid. Hallo, Harry. Harry. Harry, ich würde gerne mit dir reden. Freundlich vorstellen. Wie zufällig begegnen wir uns, Harry. Also das ist ja ein Ding. Warum hast du deine Kuh nicht mitgenommen? Kann man das? Man kann die mitnehmen? Ich habe dich gerade entdeckt. Du vertreibst mir gerade die Zeit auf der Arbeit. Danke dafür. Altraum, das freut mich. Hallo, schön, dass du hier hergefunden hast. Du bist sehr enthusiastisch. Oh, jetzt habe ich Harry gar nicht kennengelernt. Kann ich meinen Beitrag hier einreichen? Finde ich voll cool. Hast du es vorläufig gemacht? Qualität normal, gewöhnlich. Ausgezeichnet. Oh, dann nehmen wir doch davon eine Milch. Ich habe noch nie bei diesen Dinger mitgemacht. Oha, das wusste ich gar nicht, dass ich sie mitnehmen kann. Das mache ich dann das nächste Mal, wenn wir uns ganz gut mit Annabelle 2 verstehen. Weil wir haben sie ja recht frisch jetzt gekauft. Wettbewerbsbeitrag ansehen. Macht kein anderer mit? Haben wir Harry jetzt kennengelernt? Ich glaube nicht, ne? Gilbert. Wir rufen Gilbert nochmal an. Der kann gerne vorbeikommen. Neil. Woher kennen wir denn Neil? Hallo. Hallo, Neil. Gilbert ist bereits hier. Warum konnte ich ihn dann einladen? Kommt irgendwie noch andere? Neil ist bereits hier. Alle sind bereits hier. Das ist ja nicht zu fassen. Ach, gucke mal. Gucke mal. Neil ist hier der Mixer. Von romantischer Musik schwärmen. Oh, ich kann mich gar nicht entscheiden, was den Partner für Emilia angeht. Dann werden wir, keine Ahnung, Fotos teilen. Mit Marianna plaudern. Ähm, ne, du musst nicht mit Marianna plaudern. Oh, ihr macht ein Kind Hausaufgaben. Guckst du dir jetzt mal einen Beitrag an? Guck nicht so gelangweilt. Das ist ganz ausgezeichneter Milch. Okay? Okay. Bye. So. Der habe ich es gezeigt. Ähm, und du willst jetzt wieder tanzen? Das war jetzt eigentlich so nicht der Plan. Huch, wo ist Neil hin? Oh nein. Hat er keine Schicht mehr? Hallo Gilbert. Dann machen wir mal ein Kompliment über dein Outfit. Fände ich schnett. Fände ich schon sehr nett. Äh, Oberbürgermeister. Emilia ist heute die Geschenkfreundin von Willi. Okay, was haben wir jetzt von Willi bekommen? Okay, danke Willi, schätze ich. Vielen Dank. Hallo, macht keiner mit? Will keiner meine Milch angucken? Mache ich was falsch? Ich muss einfach auf den Stall da klicken. Emilia benötigt eine Kuh in ihrem Inventor, um an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Aber ich dachte, hier. Aber ich dachte, da geht das. Also muss ich erst wieder zurück und Annabelle mitnehmen? Okay. Okay, er macht diese Notizen zu meiner Milch. Oh, er liebt sie! Also ich hoffe doch sehr. Kriege ich jetzt eine Bewertung? Abend ist die Preisverleihung. Es ist ja Abend und ich will ja nicht die Kuh einreichen, sondern die Milch. Braune Kuh. Wettbewerbsbeitrag ansehen. Ich dachte gerade, das wäre unsere Annabelle. Du musst zu Hause dann auf deine Kuh klicken, dann bei Aktion auch im Inventar platzieren. Okay. Okay, dann mache ich das das nächste Mal. Dann nehme ich Annabelle das nächste Mal mit. Kann ich mit dir irgendwas machen? Kompliment über Wettbewerbsbeitrag machen. Ja, das ist doch mein Wettbewerbsbeitrag. Was für eine hübsche Kuh, sie doch nur wenigstens hier ist. Ich wette, dass sie gewinnt. Ja, das ist doch die einzige Kuh, die hier ist. Nee, hier ist noch... Hier hat noch jemand Milch ausgestellt. Kräftigende Pflanzenmilch. Okay, von wem ist das? Von der, die da sitzt? Ich kann den Preisrichter bestechen? Oh mein Gott. Ich finde schade, dass wir noch nicht so viele von euren Sims kennengelernt haben. Ich meine... Gilbert? Das gehört ja schon zu unseren Freunden oder jetzt eher noch nicht so? Nee. Wir machen mal einen Polizistenwitz. Können wir mal ein Foto mit Gilbert machen? Das bringt ja auch irgendwie Freundschaft. Foto machen mit... Mit... Gilbert. Das Zufallsrat war eigentlich auch auf die Partnerwahl bezogen. Aber die Kriterien habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Alles bestech. Ich habe mir gerade vor, wie Emilia mit einer Kuh im Rucksack ins Dorf launcht. Ja. Auch schön. Ich hoffe ja... Achso, sie mag ja Comedy nicht. Ich hoffe ja, dass auch ein bisschen Eigeninitiative von den anderen Sims kommt, was Emilia angeht. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und sie mag die romantische Musik, die hier schon wieder gespielt wird. Das ist süß, dass sie romant... Ich glaube, sie ist auch wirklich so eine Romantikerin. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, tatsächlich. Wie sieht es jetzt aus mit meiner Milch? Kann ich mit dir jetzt nochmal... Ja, sie mag Fotografie. Kann ich mit dir jetzt nochmal darüber reden? Versuchen, sich das zu bestechen. Alter. Ach süß. Ist doch gar nicht creepy, dieses Gesicht da im Hintergrund. Aber hey. Wir haben Fotos. Ist ein bisschen gelbstichig, aber das ist okay. Damit können wir leben, glaube ich. Yay, wir haben die Fotografiefähigkeit erreicht. Und es stockt schon wieder. So, besser. Hallo? Was machst du jetzt? Tanzen. Okay. Ich will nicht bestechen, aber es ist doch schon so spät. Es ist doch schon so spät. Was ist denn die Preisverleihung? Wollen wir mit Gilbert nochmal ein bisschen weiter gehen? Einfach ein bisschen flirten? Wir müssten ihn ja noch nicht küssen oder so, sondern einfach nur ein bisschen flirten. Weil ich glaube, Emilia lässt die Sachen auch eher langsamer angehen. So als Romantikerin, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Oder? Was ist mit ihr? Also es steigt auf jeden Fall drauf ein. Wir können ihm nochmal den Tag verschönern. Und... Einfach mal fragen, ob er Single ist. So ganz locker einfach mal so ein bisschen quatschen. Nummern austauschen. So ganz unschuldige Sachen, kann ich mir vorstellen. Gilbert ist Single. Hervorragend. Ein Kompliment über das Aussehen können wir machen. Ja, das ist gut, dass du übrigens aus. Und dann Wunderung ausdrücken. Ich glaube, das passt ganz gut, oder? Wenn Gilbert sich darauf einlässt. Mag er das nicht so, wenn er es langsam angeht? Oder wie? Nach Vorlieben der Attraktivität fragen. Das Festival endet in einer Stunde. Ja, darauf warte ich ja die ganze Zeit. Romantik. Wir können ihn ja einfach mal knuddeln. Mal gucken, was er dazu sagt. Ja, Gilbert ist im Haushalt mit Anna, genau. Äh, mit... Mit Anne. Ich mag sehr freizügige Outfits. Und er geht. Äh... Gilbert? Kannst du bitte erst mal bei uns bleiben? Ähm... War das ein Korb? Haben wir gerade einen Korb bekommen von ihm? Ich wollte ihn doch noch knuddeln. Keine Ahnung, ich habe ihn nur erstellt. Ah, okay. Kann ja sein, dass du irgendwie, ähm... Auch ein bisschen mit ihm gespielt hast oder so. Ah, guck mal! Das... Äh... Anne. Während des ganzen Gesprächs hatte Emilia den Eindruck, dass Gilbert Emilia ziemlich attraktiv findet. Daher fragt sich Emilia, ob Gilbert das auch von ihr denkt. Das ist ja süß. Einfach ein bisschen Händchen halten. Einfach so ganz unschuldige Sachen. Mal ein bisschen flirten. Wie so ganz... Nicht sofort küssen, nicht sofort täglichen Mächte, sondern wirklich ganz entspannt. Das finde ich irgendwie süß. Und er geht. Okay, das ist okay. Ähm... Was ist denn jetzt mit meiner Milch? Ich glaube, ich habe das Festival falsch gemacht, oder? Ich glaube, ich habe das falsch gemacht. Aber dann gehen wir wohl mal nach Hause, würde ich sagen, oder? Sind hier doch irgendwie Sims, die wir kennenlernen wollen? Nee, ich glaube nicht. Sie benutzt auch immer den Hinterausgang. Aber wir hätten... Anne hätten wir noch kennenlernen können. Die müsste wieder im Inventar sein. Okay, gut zu wissen. Das ist zwar im Game geboren, aber ich habe ihn umgestylt zu Gilbert. Ah, okay. Okay, alles klar. So, wir werden noch mal Frösche züchten. Dann können wir zwei hier reinpacken. Das können wir erstmal so behalten. Die Milch kann hier rein. Wir können noch mal Eis hinzufügen. Wir können hier ein Foto mal aufhängen. Übers Bett. Können wir die Fotos auch verkaufen? Können wir die im Ernst verkaufen? Stand bedienen? Kauft jemand die Fotos? Also wenn jemand die Fotos kauft, bin ich ja baff, ne? Okay, das wurde jetzt gekauft. Was noch? Komm, du kaufst Sachen. Das wurde verkauft. Aber noch kein Foto. Äh, Emilia, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Stand bedienen, bitte. Schlafen kannst du gleich. Wir haben tatsächlich ein Foto verkauft. Fotos kann man hinstellen, indem man die einfach auf den Tisch zieht. Auf eine Oberfläche. Dann stellen die sich automatisch hin. Ich mache das seit kurzem so, dass andere Sims nicht bei Null anfangen müssen bei dem Sim. Und das finde ich echt schön. Das finde ich richtig schön. Ja, okay, du musst pinkeln. Ich hab's verstanden. Guck mal, ich räume das mal für dich weg. Dann gehen wir bitte pinkeln. Und dann kannst du eine schnelle Dusche nehmen. Und dir nochmal was zu essen holen. Hast du keine Reste mehr drin? Öffnen. Doch, hast du doch. Ein Gericht nehmen. Und dann kannst du schlafen. Na komm. Ich erlöse dich. Wie geht's dir stets? Welcher Sim-Länge spielst du? Ich spiele individuell. Ich stelle das bei dem MCC ein, wie lang die verschiedenen Alterstufen sind. Weil normal ist mir zu kurz und lang ist mir zu lang. Aber mir geht's gut. Wie geht's dir? Wenn du Wasser aus dem Teich holst, kannst du richtig duschen gehen, glaube ich. Das wäre natürlich auch eine tolle Idee. Danke schön, Dad. Du musst das auf jeden Fall hier mal sauber machen. Ich glaube, dann müssen wir uns zuallererst mal um unsere Tiere kümmern. So, wir werden sie putzen. Und jetzt mal hier enthusiastisch streicheln. Und mit Liebe erdrücken. Und Tanzschritte zeigen. Und melken. Und Viehstall säubern. Okay, das können wir noch nicht machen. Okay, dann kümmern wir uns erstmal um Annabelle 2, bevor die wieder abhaut. Ach, schön. Oh, unsere Kuh mag uns. Nächstes Produkt, normale Milch. Und dann können wir Futter auffüllen. Dann geht's ihr auf jeden Fall schon mal gut. Was hat sie jetzt? Schwing das Bein, weil die hier vorgetanzt hat. Ach, süß. Wir werden die Eier einsammeln. Und wir werden nochmal Futter in der Nähe verstreuen. Und wir werden den Stall säubern. Dann sind die Tiere auf jeden Fall schon mal versorgt. Kenne ich. Danke auch gut. Habe letztes Wochenende meinen Antrag bekommen. Allerdings warten wir noch etwas mit der Hochzeit. Oh, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Gilbert. Nein, danke, aber ich rufe dich dann an, wenn ich mit den Tieren fertig bin, okay? Das ist ja auch nett von Gilbert, dass so ein bisschen Initiative von ihm ausgeht. Hat der Fox uns gerade schon wieder was geklaut? Nee, okay. Hat nichts geklaut. Alles gut. Nein. Nein. Runa, aus. Drei Eier. Aber drei normaler Eier. Okay, bye-bye. Ach, du je. Alle jeden. Gebiet mit Insekten-Spray besprühen. Oh, wir haben Herbst. Oh nein, die Sachen sind kaputt gegangen. Oh nein. So ein Mist. Aber wir können jetzt Apfel-Marmelade machen. Dann gehen wir nachher noch auf ein Date mit Gilbert. Nein, Manuel. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Tschüss. Und der Herr der Ringe-Franfiction ist übrigens fertig. Oh, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe Herr der Ringe tatsächlich nur einmal bisher in meinem Leben gesehen. Nee, bitte alles ernten, Emilia. Vergiss das bitte nicht. So. Sehr gut. Jetzt darfst du was essen. Lass es dir schmecken. Eis hinzufügen. Oh, ich weiß, du bist nass. Aber du kannst gleich nochmal ein bisschen duschen. Hast du Eis hinzugefügt? Ich füge es nochmal hinzu. So, dann kannst du einmal kurz pinkeln gehen. Und schnell und lau warm duschen. Und dann... Einladen, auf aktuellen Grundstück abzuhängen. Nee, ich wollte ihn eigentlich um eine Verabredung bitten. Geht das hier? Um Verabredung bitten. Hier haben wir es doch. Gebert, ich kann den nachnamen nicht aussprechen irgendwie. Dann insgesamt 13 Kapitel. Oh, 13 Kapitel ist schon echt lang. Wie viele Worte hat das pro Kapitel? Äh, ja, die Sachen müssten dann länger halten, wenn man Eis hinzufügt. Er sagt ja! Sehr schön. Ach, dann ist es nicht so schlimm, dass wir ihn ein bisschen vertröstet haben. Dann gehen wir hier nochmal hin. So. Und zum nächsten Mal bauen wir eventuell doch einen Nachtclub. Oder so. Vielleicht mache ich das einfach als Speedbild. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Hallo, Gilbert. Mit Verabredung flirten. Ersten Kuss erleben. Nein, wir machen erstmal alle tiefgründige Unterhaltungen und sagen, oh, das ist so schön, dass du angerufen hast und gefragt hast, ob wir uns treffen wollen. Ich habe jetzt... Ich bin jetzt mit den Tieren fertig und habe die versorgt. Und das ist schön, dass du nicht irgendwie sauer bist, dass wir uns erst später treffen. Und ich genieße die Zeit wirklich sehr mit dir. Und gestehen sich angezogen zu fühlen. Das geht ja auch als flirten, oder nicht? Romantik. Wir werden nochmal nach vorliebender Attraktivität fragen. Sitzen und mit Verabredung sprechen. Na guck mal, dann setzen wir uns doch hier zusammen hin. Ups. Hier zusammen sitzen. Hi, Jumbo. Ich mag grau-melierte Haare. Freizügige Outfits und grau-melierte Haare. Das ist auch eine wunderschöne Kombination. Nein! Bleib... Bleibst du bitte sitzen? Hier zusammen sitzen. Gilbert, 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 Gilbert. Ähm. Wir werden aber nochmal mit ihm flirten. Verabredung küssen. Oh, ich weiß nicht, ob Emilia dazu bereit ist. Eine Geschichte erzählen. Okay, eine Geschichte kriegen wir erzählt. Freundlich. Geschichte. Geschichte. Eine fesselnde Geschichte erzählen. Dass du unten tagsüber einen Kaffee hast und abends eröffnet oben einen Nachtclub. Mach doch aus dem Kaffee, was dort im Dorf ist, einfach in der oberen Etage einen Nachtclub rein. Dann musst du dort nichts abreißen, sondern baust einfach an. Ja, aber man kann das ja nicht leider als zwei Grundstücksarten nehmen. Es geht ja leider immer nur einer. Deswegen würde ich das tatsächlich eher getrennt bauen wollen. Wir werden immer schmeichelnd. Und freundlich. Tiefgründige... Tiefgründige, tiefgründige, tiefgründige... Wo ist denn das? Hallo? Tiefgründige Unterhaltung? Man hat so viel Auswahl mittlerweile, man findet die Sachen einfach immer nicht. Hey, wo ist das? Tiefgründige Unterhaltung. Meine Güte, habe ich auch mal gefunden. Und dann direkt nochmal. Nochmal eine tiefgründige Unterhaltung. Gilbert und Emilia sind sehr gute Freunde geworden. Wie schön. Inni, dankeschön. Für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Wir haben immerhin schon mal Silber. Aber küssen? Vielleicht ein Kuss auf die Wange? Ein Kuss hauchen. Vielleicht zählt das ja schon. Aber sie scheinen sich schon sehr gut zu verstehen, oder? Es scheint schon gut zu laufen. Vielleicht haben wir ja tatsächlich schon das Zunzubi gefunden. Nein, 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 nein. Bleib hier. Bleib hier. Wir wollen dir einen Kuss hauchen. Ich möchte, geh bitte einen Kuss hauchen. Uh, da ist wieder Harry. Nee, Enrico. Enrico, der sah aus wie Harry. Dann werden wir uns ihm auch mal freundlich vorstellen. Seht ihr das? Okay. Okay. Alles klar. Alles klar. Wer hätte das gedacht, dass hier dann direkt mal die Post abgehen? Und unsere Mutter ist auch hier. Ist das nicht awkward? Wundervoll. Wir werden uns auch mal ein bisschen mit Enrico plaudern. Einfach über Interessen reden. Und nach dem Tag fragen. Und Fröhlichkeit ausdrücken. Wir wollen uns ja auch so ein paar... Willst du mal alte Zeiten machen? Kennt ihr euch schon? Vielleicht waren die früher Kindheitsfreude oder so. Ich darf Hobbys fragen. Das hat leider nicht gezählt. Aber wir haben Gold. Das heißt, alles ist auf jeden Fall gut gelaufen. Na, hattet ihr Spaß? Und er geht direkt. Ob da Alkohol im Spiel war? Können sich auf jeden Fall gönnen. Genau. Sehe ich auch so. So, jetzt müssen wir ein paar männliche Bekanntschaften hier haben. Und wir brauchen auch weibliche Bekanntschaften. Fragen wir nach Lieblingsfarbe. Mit einem Plan vorschlagen. Ausdrücken zurücksichtsvoll zu sein. Tagverschönern. Schmeicheln. Was haben wir noch? Erstmal nur freundliche Sachen, natürlich. Von romantischer Musikschwärm. Weil sie ist ja so eine kleine Romantikerin. Ist auch mega gut gelaunt. Das ist irgendwie schön. Stehen da schon welche am Busch an? Das sah gerade so aus, ne? Das sah echt so aus. Aber scheint alles gut zu sein. Ich finde es voll krass, wie viel hier immer los ist. Das finde ich richtig gut. Das finde ich voll schön. Rami ist doch verheiratet, oder nicht? Wartet mal. Wartet mal. Ich meine, Rami ist verheiratet. Ich mache jetzt Brownies. Oh, guten Appetit. Tatsache! Rami ist die Frau unseres Vaters. Oh, die Kinder sind alle schon groß. Imran, Rashida und Mayra. Alter! Alter! Oh, irgendwer schwanger geworden. Okay. Freie Liebe kann eigentlich nicht aktiv sein, weil im Grunde habe ich das alles ausgeschaltet. Aber ich platziere mal eben ein... Ah, falsche Taste. Hier. Ein Briefkasten, dass wir das mal kontrollieren können. Weil das kann ja nicht sein. Rami ist aber unglücklich in der Ehe. Rami ist aber unglücklich in der Ehe. Ja? Ist das... Ich habe die Storys von den Townies leider noch nicht durchgelesen. Ist sie unglücklich? Ähm... Wo war das nochmal? Sofort erlassen? Nee. Okay. Weil ihr Mann hat sie ja betrogen mit unserer Mutter, weil wir sind ja ein Affärenkind. Krass. Hier geht ja voll die Post ab. Hier geht einfach voll die Post ab. Was ist denn hier los? Schön. Was macht er? Oh, er hat ein Kompliment gemacht. Oh, wie schön. Jetzt habe ich das Schokobrötchen zu backen. Oh, Schokobrötchen klingt voll geil. Chaos-Szenen, danke schön für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Oh, sie ist müde. Oh, sie ist voll sauer. Ist sie verheimatet? Nee. Jäger hat keins. Nee. Und hat zwei Kinder. Seht ihr noch? Äh... Emilia hat ja noch einen kleinen Bruder. Der ist aber noch ein Kleinkind. Habi! Hallo, Habi! Hab ich dich übersehen oder warum schreist du mich an? Hallo, Gilbert. Ich möchte dir ein streng vertrauliches Geheimnis enthüllen. Und nochmal ein Kompliment über dein Outfit machen. Und nochmal mit dir flirten. Und nochmal mit dir flirten. Aufreizend posieren. Einfach so ganz unscheinbar, weil sie gerade sehr co-catch drauf ist. Nee, ich wollte nur Aufmerksamkeit. Okay. Okay, dann ist ja gut. Ach süß. Wie er sie auch ansieht. Er könnte tatsächlich auch... Ah nee, er hat blaue Augen. Sah eben so türkis aus. Was macht ihr jetzt? Und ich hab doch gesagt so... Ah, nee. Die lassen es langsam angehen. Die küssen sich noch nicht. Ich hab denen das nicht gesagt. Ich hab denen das nicht gesagt. Ich hab gerade ein kleines Déjà-vu von Snow. Von allen meinen Sims. Von allen meinen Sims einfach. Ich hab euch das nicht gesagt, okay? Ja, dann können wir ihn auch küssen. Ganz ehrlich, dann können wir ihn auch küssen. Dann ist es auch egal. Wobei, das ist sowieso gleich fertig. Und das ist schneller fertig als die beiden. Aber dann können wir ihn trotzdem küssen. Dann sagen wir, sie hat vielleicht ein bisschen was getrunken. Und das hat sie so ein bisschen hemmungsloser gemacht. Und war dann einfach ein bisschen mutiger. Weil eigentlich stelle ich mir sie relativ schüchtern vor. Ja. So, ja dann können wir auch... Ach, kurz war ich jetzt schon? Das ist nun etwas komisch. Dreimal Liebe machen. Ihr habt gesehen, was ich gesehen hab, oder? Ihr habt gesehen, was ich gesehen hab, oder? Ich weiß nicht, warum die Sims hier die ganze Zeit im Techtel-Mächteln sind. Ich weiß nicht, warum wir hier die ganze Zeit im Techtel-Mächteln sind. Das ist nur eine eigene Nachbarschaft vorallberechtigt. Na toll. Emilia, das hast du nicht gemacht. Das hast du nicht gemacht. Sie war noch Jungfrau. Ja? Sie war gerade eben noch Jungfrau. Dann hat sie ihr erstes Mal gehabt. Und zack, Schwager? Ne, die Aktionspläne kann ich leider nicht sehen, weil sie da in der Nachbarschaft nicht wohnt. Steve Lee, hi. Schön, dass du da bist. Eventuell lache ich hier gerade. Ganz eventuell. Ja, toll. Oh Mann, Emilia. Ich hatte noch so viel mit dir vor. Und jetzt? Ja, sie ist schwanger. Wir haben es ja schon gesehen. Dass sie... Hä? Hä? Aber sie hat doch gewirkt? Und an eine Rassel gedacht? Sie hat doch gewirkt und an eine Rassel gedacht. Ne, Emilia, steh mal auf. Hä? Verdorbenes Essen aussortieren. Pregnancy. Ich verstehe auch nichts mehr. Das spiel verarschlich. Ja, aber ehrlich. Okay, sie ist nicht schwanger. Sie ist nicht schwanger. Ich hab jetzt extra am MC nochmal nachgesehen. Sie ist nicht schwanger. Yo. Das lief doch gut, oder? Oh mein Gott. Schön, dass sie da jetzt ein bisschen aufräumt. Da kannst du Hände waschen, Zähne putzen und Hände waschen, Zähne putzen. Und dann fahren wir so langsam mal nach Hause. Ja, Emilia, das lief jetzt nicht so wie geplant. Muss ich dir mal leider sagen. Sie ist traurig, weil sie nicht schwanger ist. Oh, sie... Ihr ist übel, weil sie bald ihre Tage bekommt. Sie bekommt bald ihre Tage, deswegen. Da war ja echt nochmal Glück gehabt. Ich meine, das wäre es jetzt auch gewesen. So schwanger beim ersten Mal. Alter. Hat die mich erschrocken. Hat die mich erschrocken. Hauptsache, sie wird bald zu Erwachsenen. Also eigentlich muss ich sie nochmal ein bisschen jünger machen, weil ihre Eltern ja auch gerade erst zu Erwachsenen gealtert sind. Und das ist ja schon sehr unrealistisch, oder? Ich mach sie mal ein bisschen jünger. Alter festlegen. Ich mach mal auf fünf. So. Dann passt das auch mit ihren Eltern wieder ein bisschen besser. Ich werde sie jetzt mal ins Bett schicken, weil wir hatten einen sehr aufregenden Tag. Die Tiere schlafen noch alle. Der Garten sieht soweit gut aus. Hier sieht das soweit gut aus. Das kommt da rein. Jetzt züchten wir doch mal einen Frosch. Der kann auch da rein. Da brauchen wir nichts. Die Milch kommt hier rein. Die Eier kommen auch da rein. So. Die Tiere sind wach, aber ich glaube, wir machen jetzt langsam Feierabend. Puh. Emilia hat mich sehr schockiert, muss ich sagen. Sehr schockiert. Oh mein Gott. Okay. OBS hängt gerade ein bisschen, oder? Hänge ich gerade ein bisschen? Ich glaube, ja. Ich glaube, OBS hängt gerade ein bisschen. Okay. Ich muss OBS, glaube ich, auch mal updaten. Ich werde mal schauen, wie wir jetzt raiden können. Also ich sage auf jeden Fall schon mal bei YouTube vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr das nächste Mal live dabei sein wollt, folgt mir gerne auf Twitch. Da spielen wir live die Challenge. Da könnt ihr das auch gerne mit beeinflussen, auch mit Kanalpunkten, dass ich auch so ein bisschen Sport machen muss und so. Würde mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Ihr müsst euch auch keinen Account machen. Einfach auf den Link draufklicken und dann könnt ihr auch zuschauen oder dass ihr euch irgendwie irgendwo anmelden müsst. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.